Hallo Welt! Hallo Welt! Uh, jetzt haben wir echt uh! Na? Hi, hallo Claudia, hallo Rudolf! Hallo! Hi! Hallo Zuschauer, hallo Chat! Huhu, eine Dose ins Internet reich! So, willkommen zusammen! Ich bin Claudia, das da ist Lambert und das hier ist nicht Henning. Die langjährigen Zuschauer draußen an den Geräten werden es erkannt haben und ZuschauerInnen. Das hier ist Rudolf und er vertritt heute nicht Henning, sondern er ist heute unser Gast. Henning lässt sich entschuldigen, er ist leider krank. Ich freut mich unheimlich eingeladen worden zu sein und heute Abend dabei sein zu dürfen. Ich war jetzt gerade irritiert, weil du eben diese Richtung gezeigt hast, aber bei mir auf dem Stream bin ich praktisch hier. Ja, jedes Mal aufs Neue machen. Es ist immer super witzig, weil es passt immer anders, du. Aber bei mir bist du da und Lambert ist da. Bei mir seid ihr beide hier in meinem Herzen. Oh, okay. Ihr da draußen im Chat habt schon gemerkt, was wir gemacht haben, oder? Rudolf ist der erste senkrechte Gast. Und das ist natürlich total beziehungsreich. Alles senkrecht. Ja. Boah. Das ist total gehämmert. Also in Wirklichkeit machen wir das, weil es nicht anders geht. Aber trotzdem hat es natürlich voll, es ist voll der Rückenschlag zu dem Thema. Eben. Es ist auch modern, weil heute macht man alles hochkant. Also wer dreht denn heute noch Crea-Videos? Wie fühlt es sich an, digitaler Trendsetter zu sein, Rudolf? Erste Frage. Es ist ein ganz normaler Donnerstag für mich. Ja. Okay. Ich würde ja sagen, Rudolf, vielleicht kannst du mal in zwei Sätzen sagen, wer du bist und warum du hier bist. Ja, mein Name ist Rudolf Inderst und ich wurde in anonymer Art und Weise angesprochen, um heute vielleicht im besten Fall etwas zum Thema digitale Spieleforschung, aka Game Studies, beitragen zu dürfen, was mit dieser Forschungsdisziplin, manche würden auch sagen Forschungsfeld, so auf sich hat. Und ja, ich glaube, darüber kann man vortrefflich diskutieren. Und das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Claudia, ich habe einen, Entschuldigung, bevor wir mit Rudolf weitermachen, fällt mir ein Element ein aus der letzten Sendung, das ich bewährt hatte, und zwar kam da der Hinweis, dass auch wir uns kurz vorstellen sollten, weil wir ja gewisse Schwankungen haben in der Zuschauerschaft und da wir noch nicht Personen der Zeitgeschichte sind, die man sowieso... Claudia... Sind wir noch nicht? Also Rudolf hat einen Wikipedia-Eintrag, ja? Der ist selbst geschrieben. Und der wurde nicht wegen Nichtrelevanz gelöscht? Ja, weil ich kein weiblicher Science-Fiction-Autor bin. Ach so! Touché! Oh ja, die Anspielung kannst du gleich mal auflösen, Rudolf, das ist auch ein schönes Thema. Okay, gut, können wir machen, ne? Also dann mache ich mal Ladies first. Mein Name ist Claudia Frick, ich bin, oh, das ist jetzt schwierig, Meteorologin, Bibliothekarin und demnächst Professorin für Wissenschaftskommunikation in Köln. Die Nachricht ist draußen, yes! Professorin Fassi, wie Ihre Freunde Sie auch nennen dürfen. Ja, okay, mache ich weiter. Ich bin Lambert, ich strahle hier, ströme hier aus Hannover im Nordwesten und ich arbeite sonst tagsüber an der TIP, Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und beschäftige mich dort mit der Öffnung der digitalen Infrastruktur der Wissenschaft. Ich bin Bibliothekarin. Und wir haben uns ja alle praktisch über Tiktok eigentlich kennengelernt. Ja, das ist jetzt noch die witzige Geschichte, warum Hochkant auch völlig passend ist. Wir kennen uns über Tiktok. Ja, das stimmt. Kennt ihr das, Leute? Wer von euch kennt Tiktok? Hand hoch im Chat! Wer kennt Tiktok? Wir gucken jetzt eher kritisch in den Chat. Genau, und wer benutzt Tiktok? Genau. Ach so, Anna sagt noch, Frau Professor Liebfrock, so viel Zeit muss sein. Oh, okay. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Freunde dürfen mich Frau Professor Doktor Fassi nennen. Die Frage, die von OVNN übrigens hier im Chat kam, hattet ihr nicht sonst ein Hintergrundbild? Das ist eine lustige Fehlerinnerung. Das hatten wir nie. Aber wenn ihr eine Idee habt, was es sein sollte, dann natürlich. Stimmt. Hatte ihr nicht einmal die Demokratien in den Vereinigten Staaten? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Stop counting! Stop it! Naja, gut, also ich sehe ein paar, äh, 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 kennen es, wissen aber nicht genau, was es ist, ähm, Tiktok in, 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 Tiktok in 60 Sekunden erklären. Rudolf, dein Einsatz ist jetzt. Rudolf, dein Einsatz ist jetzt. Auf 15. Auf 15, okay. Tiktok, äh, kurze Videos, knackig erklärt, mit lustigen Sounds unterlegt und total viel Humor. Äh, Propagandatool der chinesischen Regierung. Okay, gut, ja, gut. So viel Zeit passt auch in 15 Sekunden. Gut, aber da haben wir uns kennengelernt, weil Rudolf dort nämlich über Game Studies spricht und wir dachten, dass es auch ganz cool wäre, wenn er uns hier mal ein bisschen was über Game Studies erklärt. Aber bevor du jetzt uns vielleicht mal einen Überblick gibst, was Game Studies eigentlich ist, weil ich habe ehrlich gesagt, dank deiner Tiktoks eine minimale Grundbasis an Wissen darüber, das ist aber sehr gering und ich glaube, wir brauchen alle da eine, eine Grundeinführung, würde ich dich gerne noch eine total random Sache fragen. Ich ziehe einfach eine aus unserem absurde Fragen an Gäste Portfolio, ähm, und die da lautet, oh Gott, die ist gar nicht so absurd. Was ist dein Lieblingsspiel? Streets of Rage 2 auf dem Sega Mega Drive. Street. Und wenn jetzt Fabian Döhler nicht innerlich jubelt, dann wäre ich sehr betrübt. Okay. 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 Okay, gut. Oh, da ist es soweit. Jetzt werden die Muskeln geflext. Ja, los geht's. Gut. Dann würde ich sagen, wenn im Chat niemand noch Fragen hat, die abseits von allem sind, dann erklär uns doch einfach mal in ganz kurz, was Game Studies eigentlich sind und was genau du da machst. Also das Spiel ist ja eine Art von Kulturphänomen, das natürlich die Menschheit schon seit ihrer Entstehung praktisch begleitet. Ich glaube, darüber gibt es gar nicht so viel Dissens. Solange es den Mensch gibt, solange wollte er zumindest irgendwie, nennen wir es mal, zumindest herumspielen, wenn wir nicht von einer Form des organisierten Spielens sprechen wollen. Das heißt, natürlich wurde auch schon lange, lange Zeit vor den Game Studies, also dem akademischen Reflektieren und Nachdenken, wenn man so möchte, über digitale Spiele, also Videospiele, Computerspiele, Mobile Games und, 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 Browserspiele und wie sie alle heißen. Nennen wir sie mal der Einfachheit halber digitale Spiele. Natürlich wurde über Spielen und Spiele schon lange davor nachgedacht. Zum Beispiel gibt es eine riesige Tradition, die sich mit Brettspielen beschäftigt und zu diesen forscht. Wenn ich also heute von Game Studies tatsächlich spreche oder wenn wir heute von Game Studies hier sprechen, jetzt in unserer kleinen, flotten Runde hier, dann geht es tatsächlich darum, digitale Spiele stehen im Vordergrund. Und das ist eine Forschungs-, nennen wir sie mal jetzt einfach Richtung, weil es gibt einen großen Zwist für die Leute, die sagen Disziplin, manche sagen Feld. Eine große Frage auch der zunehmenden Institutionalisierung, USW, USW. Dann geht es eben um digitale Spiele und da sagt man so, dass, wenn man mal ausschließt, dass auch andere Forschungsdisziplinen wie vielleicht die Medienwissenschaften, die Literaturwissenschaften, die Filmwissenschaften irgendwann mal gesagt haben, oh, Spiele sind aber auch ganz interessant so als Medium. Wenn man die mal außen vorlässt und es wirklich sagt, so sui generis, Game Studies, dann beginnt das so Mitte, Ende der 90er irgendwie so Fahrt aufzunehmen und dann erkennt man nochmal einen deutlichen Sprung Anfang der 2000er, wenn sich auch diese große Forschungsorganisation DIGRA gründet und langsam entstehen auch Studiengänge und so ein bisschen Mittelbau. Die was hat sich gegründet? Die DIGRA? Die DIGRA? Das ist eine Abkürzung für ein lokales Gartencenter. Immer wieder überraschend, diese Game Studies, die sind doch verrückt, die Leute, die das machen. Warum? 2000 hat sich also diese Research Association gegründet, die sich eben speziell auf digitale Spiele fokussiert. Und ja, dann eben mit dem Ganzen, was dazu gehört, zunehmende Tagungen, Konferenzen, Publikationen und natürlich dann auch zunehmend natürlich die Frage, und das beschäftigt uns immer noch ganz stark, wie solche Sachen wie Kanonbildung, gibt es ein einheitliches Curriculum, ist es eher großartig, wenn alle Forschungsdisziplinen der Welt ihre Methodikkoffer zu uns in die Spieleforschung reintragen oder kann man sich mal auf eins vielleicht einigen, haben wir einen speziellen, nur drauf zugeschnittenen Zugriff auf den Gegenstand und so weiter und so weiter. Ja, aber im Grunde, wenn man es abkürzen möchte, Game Studies, akademisches Nachdenken über digitale Spiele seit Anfang der 2000er zunehmend in Bewegung seiend, so vielleicht. Okay, also ja, Lava, du zuerst. Ja, ich hätte spontan eine Frage zu eurem Blickwinkel oder eurem Thema in den Game Studies, und zwar hatte ich jetzt bei diesem Kulturhackathon Coding Da Vinci, den wir letztens vor zwei Wochen in Hannover gemacht hatten, viel zu tun mit Leuten, die hier in Hannover unter anderem Game Design studiert haben, es gibt sogar ein, zwei, so Privathochschulen, die das als einen richtig starken Schwerpunkt haben, teilweise Informatiker von der Uni hier, die das aber de facto sich auf Games fokussieren. Und was ich mich jetzt gerade frage, ist, ob, wenn jemand von denen hier wäre und du, ob ihr euch einfach gegenseitig nur so mit kalter Verachtung taxieren würdet und, ha, 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 das soll eine Wissenschaft sein oder so, oder ist es eher so, hey, High Five, ich bin die Game Study, du bist der Game Design oder so, oder wie ist das Verhältnis? Kann man dazu was sagen, was sinnvoll ist? Also das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe das auch tatsächlich in einem TikTok-Club mal kurz mit der Frage behandelt, wie ist das, wenn man, ich hatte das Beispiel benutzt, man geht zum Bäcker, man bekommt sein Brötchen, wir gehen jetzt nicht aus von so einem Backshop, sondern wir gehen von einem richtigen, echten, in Anführungszeichen, gutes deutsches Handwerk, so, ja, Bäcker aus, und ich beiße, oder Bäckerin, und ich beiße in das Brötchen, die Schrippe, die Semmel, und sage dann noch, im Laden, ganz laut, also, also, es schmeckt ja fürchterlich, und Bäcker, Sternchen in, hört das und sagt, mein Freund, jemand, der nicht mal selber backen kann, mal schön hier die Backen zusammen drücken, ja, und das ist, diese Analogie, die finde ich nämlich nach wie vor ziemlich treffend, weil, es gibt tatsächlich diesen Graben, Es gibt diesen Graben zwischen Praktikern, Machern und diesen, den Menschen im Elfenbeinturm. Jetzt ist es aber so, und du hast auch recht, es gibt wesentlich mehr Game Design, Game Engineering, Informatik mit Schwerpunkt Spieleherstellung, um es mal so grob irgendwie zu rastern, als, als, ja, Game Studies Studiengänge. Also, diese Computerspielwissenschaften, die gibt es, die gibt es zum Beispiel in der Uni Bayreuth, ja, aber selbst da ist es im, es ist ne, auch mit der großen Berührungsschnittmenge zwischen, äh, zwischen Handwerk und, äh, sagen wir mal, dem, der, der, was ich, der, der Keckenhermeneutik und Spiele, ja, oder irgendwie so, wenn man so möchte. Das ist aber saublöd. Das ist für keinen von beiden Seiten eigentlich ein Vorteil. Ähm, die Schnittmengen, die sind da, und ich glaube, dass wir aktuell auch in der Entwicklung eine gute Zeit dafür erleben, dass die wieder so ein bisschen stärker zusammenfinden, weil, wenn man sich mal überlegt, eine der ersten Gruppen, die einigermaßen reflektiert über, also abseits vom reinen Handwerk auch ihre Überlegungen zu Game Design niedergeschrieben hat, das waren mitunter auch Game Designer, ja, Game Designerinnen selbst. Das heißt, die zu ignorieren, wäre für die Game Studies vollkommen, äh, vollkommen blöd, um es mal so zu sagen. Und jetzt, ich sehe zum Beispiel auch, jetzt gerade habe ich an der Fresenius, äh, an der Fresenius-Hochschule, ähm, einen Kurs, da teile ich mir mit denen, da machen, macht die eine Hälfte dann, oder unter der einen Anleitung, machen die wirklich so Hands-on-Game-Design, und, äh, ich übernehme dann den Game Studies-Anteil, oder das, was ich gerade in Trier mache, da ist es so, dass, ähm, die geschätzte Kollegin Linda Breitlauch, äh, damit, äh, mit geschultem Auge draufschaut, was die auch Hands-on so basteln, oder führt die in klassisches Game Design näher ran, und ich habe das Gefühl, ich kann dann so immer wieder in vielleicht einzelnen Nischen oder, oder Lücken springen, aufgrund meiner, sagen wir mal, eher, ja, ja, kulturgeschichtlichen, oder kulturhistorischen, äh, Ausbildung, Prägung, äh, Themen, Agenda-Setting, wie man es halt auch immer nennen möchte dann, und kann das so ergänzen, dass da am Ende vielleicht auch Designer und Designerinnen, Macher und Macherinnen, äh, rauskommen, Anführungszeichen, die von allen Themen mal, äh, eben was mitbekommen, was, äh, gehört, äh, gehört haben. Mhm. Mhm. Also, du hast recht, der, der Graben, der ist noch da, und es ist wichtig, ihn, äh, sukzessive von beiden Seiten so ein bisschen, äh, zuzuschütten. Aber ich habe das Gefühl, als jemand, der aus den Game Studies kommt, dass da viel Bringschuld eigentlich auf unserer Seite liegt, weil, äh, dieses Naserimpf von Sagen, ja, so ein bisschen, äh, Coden hier und, äh, Figur laufen lassen, ist ja eh heute nur noch Baukasten. Es gibt so Leute, auf Konferenzen, äh, auf Konferenzen sieht man es auch ganz klar, immer noch diese Grüppchenbildung dann auch so, und es ist schade, es geht so viel, äh, Wissen und, und, und Anwendbarkeit dadurch verloren. Ja, ich stelle mir auch gerade, das ist schwierig vor, weil, also, wenn ich jetzt Games mache, dann, dann mache ich die ja, weil ich Games mag, und weil ich damit etwas bewirken will oder etwas tun oder schaffen möchte. Und, äh, wenn ich Game Studies mache, dann, dann interessiere ich mich natürlich dafür, wie das Game gemacht wurde und was sich dabei gedacht wurde oder sowas, ne? Also, man hängt ja voneinander ab, das eine geht ja nicht, äh, ohne das andere irgendwie einher, ne? Also, es wäre schon schade, wenn da so ein Kram bleibt, aber, äh... Ja, es gibt, es gibt natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt auch diejenigen, auch angehende Coder, Coderinnen, Developer, Developerinnen, dieser, weniger Designer, aber wirklich so richtig harte Coder, wie man es sich immer so ein bisschen vorstellt, da gibt es auch Klientel, das diesen, äh, das diesen, äh, das diesen sehr kurzatmigen Spruch mitträgt, keep politics out of our games, was natürlich super kurzfristig gedacht ist, ja, weil es gibt das unpolitische Spiel einfach nicht, egal, wie man es dreht und welcht. Echt? Tetris ist, Tetris ist politisch? Ja, Tetris ist sehr politisch. Ah, gute Frage, ja. Ja, genau, ästhetisch ist politisch. Ja, sehr politisch, weil die erste Lesart, die mir einfallen würde, ist zum Beispiel ganz klassisch, hier unter Freunde des Neofordismus, Fließbandarbeit, permanenter Zeitdruck, alles leer räumen, ordentlichen Laden hinterlassen, was ist denn das als eine Abbildung dieser Zustände im Neoliberalismus, frage ich kritisch, da mal drüber nachgedacht, sie arbeitet der Schreck. Okay, ja, vielleicht ist ja allein Spielen an sich schon politisch, weil es beschäftigt ja die Massen. Also, als du das als bekennende Sozialistin sagst, das ist okay. Ja, okay. Ja, ja gut, also... Ein Spiele-Diskurs, der dazu passt, der mir neulich aufgefallen war, nochmal, war dieses mit den Serious Games, also wo es so Leute gibt, die, also ich, wirklich, das ist wirklich nur so ein Fragment, was ich aufgeschnappt habe, bestimmt gibt es auch coolere Arten, den Begriff Serious Games zu benutzen oder sowas. Mir war das nur so begegnet als, hey, das ist gar nicht nur so zweckfreies Larifari, man vergnügt sich und so und genießt es sogar oder sowas, sondern nein, das Spielerische daran ist ein Mittel, man kann total raffiniert es benutzen, um Leute zu trainieren und auszubilden und zu testen und so und so. Das ist so, fand ich so eine lustige Beobachtung, nicht, dass man irgendwie Serious Games, dass es die gibt, dass man das betont, um sozusagen zu rechtfertigen, dass es überhaupt Computerspiele gibt oder man sich mit ihnen beschäftigt oder so. Naja, nur so eine Beobachtung. Aber da laufen, das ist echt interessant, weil da laufen sozusagen mehrere Diskurse auch zusammen. Ich war immer der Ansicht, ich war überrascht, dass das Wort Serious Games nicht von einem Deutschen stammt. Dieser Verdacht, man könne beim Spiel zu viel Spaß haben und dann setzt man einen ernsthafter vor, ist natürlich kein Generalverdacht. Aber jetzt ernsthaft, diese Serious Games, also diese, am ehesten vielleicht diese Absicht, ernsthafte Themen mit Spielmechaniken, in Spielmechaniken zu kleiden. Es gibt da immer dieses wunderbare, einen der wunderbarsten, bekanntesten Beispiele, jetzt auch schon einige Jahre alt, in diesem Spiel, in diesem Serious, leider fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein. Aber da ging es darum, dass man einen Bazar sieht, einen Bazar, ja. Und in diesem Bazar, da laufen unter dem normalen, den regulären BazarbesucherInnen, laufen immer so ein paar Terrorgestalten herum. Und jetzt hat man sozusagen als Spieler oder Spielerin die Möglichkeit, eben die möchte man ausschalten. Und das ist der Auftrag, sie auszuschalten. Man kann sie aber nicht präzise ausschalten, denn bei jedem Treffer, den man mit einem Geschoss landet, werden im Umkreis auch Zivilisten getötet. Und diese kommen dann zurück als neue Terroristen. Das heißt, durch sein permanentes Eingreifen sorgt man eigentlich nur dafür, dass man einen neuen Terror kreiert. Und das war natürlich ein sehr starkes, ein sehr einleuchtendes Bild, ist er geschaffen. Das ist aber nur ein Beispiel, das im Serious Games bietet. Okay, okay. Also, ja. Aber jetzt noch eine Einschätzung von dir. Der Plasma fragt, ob solitär politisch ist. Solitär, denke ich, ist politisch, weil so viel Arbeitszeit verloren geht. Die Leute, die es während der Arbeitszeit schmieden. Genau, die die sinnlose Arbeit durch sinnlos Solitärspielen ersetzen. Vielleicht, ja. Das ist eine Leisure, Sabotage of Leisurement. Jetzt laute ich mich mal wieder als alter Opa erzählt vom Kriegtyp. In den 90er Jahren gab es ja Moorhuhn und da gab es in den deutschen Medien eine angeregte, und zwar auch, glaube ich, ernst gemeinte Diskussion von einigen Leuten, die ausgerechnet haben, was für einen Schaden das der deutschen Volkswirtschaft zufügt, dass Leute im Büro Moorhuhn-Schießen spielen, statt Excel-Tabellen auszufüllen oder so. Also, ich meine, das ist auf so vielen Ebenen schräg oder sowas. Naja, egal. Man kann dann erst mal darüber so fielen, wie sinnvoll es ist, die Excel-Tabellen auszufüllen. Aber hey, hey, hey. Aber ich denke, strukturell, also top-down betrachtet, ist das in die Kategorie Zeitvertreib ja so einzuordnen, wie heute in bestimmten oder in vielen Betrieben einfach per se Mitarbeiter keinen Zugriff auf bestimmte soziale Medienplattformen gewährt wird, weil man Angst hat, das sei die Raucherpause 2.0, nur dass sie halt die Zigarette niemals ausgeht. Ja, aber da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, so als Mensch, der mal eine Doktorarbeit gemacht hat, ja, stimmt. Also, haben wir nicht alle so ein Game, mit dem wir viel zu viel unserer Zeit verbracht haben, die wir eigentlich hätten produktiv zum Beispiel an einer Doktorarbeit schreiben müssen oder an einer Bachelorarbeit. Also, bei mir war es nicht Moorhuhn, bei mir waren es Escape Games und die Leidenschaft ist geblieben. Aber ich glaube, Anna Twitchert schreibt im Chat schon Moorhuhn mit Sternaugen. Und offensichtlich war es bei ihr Moorhuhn. Ich weiß nicht, habt ihr so zwei auch so Spiele? Ich weiß nicht, du hast jetzt auch gerade, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht, du hast jetzt auch das Wort verbracht benutzt und zum Beispiel nicht verschwendet. Nein, es ist verbracht, es ist nicht verschwendet, absolut nicht. Und damit, finde ich, ist es automatisch auch vor sich, dann ist es vor sich selbst ja auch keine, es ist ja jetzt mehr als eine Rechtfertigungsstrategie vor sich selbst zu sagen, Zu dem Zeitpunkt war es offensichtlich genau das, was ich gerade gerne gemacht habe. Die Doktorarbeit offensichtlich fertig gemacht, Titel da, jetzt sogar noch ein neuer. Also, man könnte sogar so weit gehen zu sagen, nur aufgrund des Spiels war es doch erst möglich, das alles zu erreichen. Hast du in deinen Danksagungen denn auch dem Spiel gedankt, Claudia, dass es dich und den Spieleherstellern und Entwicklern, dass sie dich so gekonnt abgelenkt haben? Verdammt, nein. Ich habe aber mein Meerschweinchen gedankt. Nein, ich jetzt. Ja. Aber okay. Gut, nein, nein, habe ich tatsächlich nicht. Okay, ja. Aber, da fällt mir was ein. Ich habe zum Beispiel jetzt in dem letzten, ich glaube, in dem letzten Sammelband, den ich mit herausgeben durfte, in der Danksagung habe ich dezidiert zum Beispiel Podcast-Formate genannt, weil mir einfach aufgefallen ist, ich bin ein sehr intensiver Podcast-Hörer und viele von diesen Podcasts, die haben nicht nur einen großartigen Production-Value, keine Ahnung, wie sie stemmen können, sondern vermitteln mir auch einfach so viel Interessantes an Informationen und ich benutze die alle, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, das Phänomen, die benutzen die alle oftmals kostenlos und ich habe manchmal, selbst wenn ich am Jahresende so einen Komplettbetrag von, was weiß ich, 100, 150, 200 Euro mit der Gießkanne streue oder manche abonniere, ich habe allen zunehmend ein schlechtes Gewissen, weil ich mit denen, weil ich bekomme wirklich so viel an hochgradig oder qualitativ hochwertigem Content, frei Haus und ich denke mir immer, das kann auf lange Sicht, kann es nicht gut gehen, das wird enden müssen. Oder der Kapitalismus endet. Ja, genau. Wo wir wieder bei politisch wären. Ja, das kann man auf jeden Fall noch einmal im Kopf behalten. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem davor, aber dieses Ding mit den Plattformen und der Ökonomie der Spiele, das ist sowieso ein Thema, wo ich auch das Gefühl habe, selbst so Riesenswissensglücken zu haben, was ich auch noch mal so ein faszinierendes eigene Welt noch mal finde oder so. Aber noch mal eine Frage, Claudia, was wir zu unseren virtuellen Fragen an Gäste-Katalog fast aufnehmen könnten, wäre jetzt folgendes, generische Gäste-Frage, wie zitiert man Computerspiele? Weißt du, ob es da Zitierstile gibt oder so, wie man es macht? Weil für euch Game Studies-Leute müsste es ja eine virulente Frage sein, oder? Absolut. Ein Goldnugget an Frage, würde ich sogar sagen. Damit ist bekannt für seine Goldnuggets von Fragen. Nach der Zitationsweise von Spielen ist praktisch eine, die uns wirklich massiv umtreibt. Und die hat in erster Linie damit zu tun, dass Spiele zunehmend, also nicht erst seit gestern, vor allem im PC-Bereich fing es an, aber jetzt ist es für Konsolen ja auch so, dass Spiele regelmäßig Updates erfahren, nachgepatcht werden, neue Versionen rauskommen. Das heißt, wir suchen nach einer Art und Weise darzulegen, mit welcher Version wir uns zum Forschungszeitpunkt mit ihnen beschäftigt haben. Und das stellt uns oftmals vor große Herausforderungen, wenn wir nicht unbedingt alles komplett auch, sagen wir mal, audiovisuell dokumentieren wollen, die jeweiligen Spielstellen sozusagen. Darum wäre natürlich die einfache Art und Weise zu sagen, ja, es geht um den Spieltitel, es geht um das Studio, es geht um den Publisher, das ja und die Plattform fertig. Aber so einfach ist es eben nicht mehr, weil sich einige Faktoren zunehmend verändern. Und dahinter ist noch nicht mal die große Frage angesprochen nach dem berühmten, wer ist eigentlich der Autor eines Spiels? Das ist ja auch ein ungeklärter großer Streitpunkt da. Wie nennt man da eigentlich? Ist es der Director so und so? Ist es der und so weiter? Und das, was auch zu dieser, und das wiederum führt sofort zu der Frage, haben Video- und Computerspiele eigentlich auch seine Art von, wie man es aus dem Filmbereich kennt, sondern ein eigenes Starsystem? Und wer sind diese Stars und warum? Ja, ich glaube, es gibt viele, viele, Claudia, wie würdest du es sehen? Wir haben ja in der generellen Diskussion über dieses Credit geben für wissenschaftliches Arbeiten, für kreatives Arbeiten, genauso bestimmte rote Felden, die sich durchziehen. Also wir haben immer diese Thematik jetzt, dass es zunehmend komplexere digitale Gebilde sind. Wie sorgt man eigentlich dafür, dass Credit where Credit is due, aber dass sozusagen bei dem Einzelnen, der vielleicht nur, die vielleicht nur ein bestimmtes Codefragment gebaut hat, dort auch der Credit landet, ja, und dann auch das gesehen wird sozusagen, dass letzten Endes dieses Code-Stück nicht umsonst war oder so. Das haben wir generell bei digitaler Wissenschaft, denke ich, auch. Und auch die Komplexität, die du angesprochen hast, also dieses Verhältnis von Work-Manifestation, Expression-Manifestation, ja, dass man sozusagen es immer schwieriger hat, vielleicht auch irgendwie zu sagen, was ist eigentlich das Spiel oder so. Oder also, ne, ist das der einzelne Spieletitel, ist das ein Release auf einer bestimmten Plattform, wo man auch argumentieren könnte, sicherlich, ich will wetten, dass es bei Spielen einen Unterschied macht, ne, ob ich es jetzt irgendwie für so eine Sache implementiere, die ich so spiele, ja, oder ob ich das irgendwie in Breitband irgendwo vor mir projiziert habe. Absolut, ja, das ist dann genau, also das ist so Plattform-Studies-mäßig gefragt, auch nach der Portierung, wenn zum Beispiel Titel einfach für, wie du es gerade erwähnt hast, für eine große Konsole, also großen Anführungszeichen jetzt einen, die man im Regelfall eben zu Hause vor seinem 4K-Bildschirm spielt und dann früher zum Beispiel oder von der Playstation einen Sprung gemacht hat auf das Handheld oder von der Nintendo-Konsole aufs Handheld oder auch bei allen Titeln, die sozusagen Multiplattform nennt man das, ja, auf mehreren Plattformen rauskommt, spielt das oftmals schon einen, macht es einfach einen Riesenunterschied. Es ist ja auch oft so, dass die, ähm, dass die Portierung, also das Bringen von einer Plattform auf die anderen, natürlich nicht oft beim selben Studio landet, ja. Das machen sie in den Auftragsarbeiten für andere Studis, die das extern machen, die vielleicht das Ding nicht so gut im Griff haben und dann oftmals ist es technisch gesehen eben eher, wie heißt das schön immer, ihr Ergebnis war leider ein bisschen suboptimal. Vielleicht wollen die es nochmal machen. Hatte ein paar kleinere Mängel. Ja, aber ich finde, ich finde es ja erstaunlich, dass das funktioniert, weil ich, ähm, merke schon, also, ähm, dass ich Freunde habe, die zum Beispiel, ähm, jetzt andere Plattformen nicht im Sinne von, die eine hat die Version von Steam und der andere spielt auf Xbox, sondern auch andere Betriebssysteme. Der eine spielt auf Windows, die andere auf Linux. Und, ähm, dass es da ja tatsächlich, ähm, Spiele sehr trennend sein können. Ne? Also, dass wir, wenn ich jetzt versuche, ein Spiel zu finden, dass ich mit allen FreundInnen irgendwie spielen kann und ich merke, äh, da haben wir aber eine Person, die hat nur Linux, da läuft dieses Spiel nicht. Bei der anderen läuft das andere Spiel nicht. Ne, also, das ist so ein bisschen, ähm, da können Spiele dann auch, wenn sie nicht absolut übergreifend für alles da sind, was gar nicht geht, separierend sein, ne? Also, das ist mir neulich aufgefallen. Ich denke auch, dass wir gerade, also, dazu fallen mir zwei Sachen ein, äh, Beispiel, äh, First-Person-Shooter, die im Deutschen unter diesem komischen, äh, Begriff, Ego-Shooter jahrelang rauschierten, also, äh, auch so ein Kunstbegriff. Ja. Ähm, bei dem regelmäßig, äh, unter, äh, jungen, weißen, engagierten Cis-Männern gestritten wird, ich spiele doch niemals einen Shooter auf der verdammten Konsole. Ich brauche nämlich Maus und Tastatur. Mit dem Pad kann man überhaupt nicht ordentlich arbeiten. Ja. Und tatsächlich kommt dann raus, es gibt technisch vielleicht die Möglichkeit, von bestimmten Herstellern Spiele anzubieten, sowohl, dass eben PC-Spieler und Konsolenspieler zusammenspielen können, aber aufgrund der Tatsache, dass PC-Spieler und Spielerinnen einen höheren, einfach schneller agieren können mit der Maus, beim Zielen zum Beispiel, dass es zusammenspielen einfach keinen Spaß macht. Oder dass, sozusagen, dass die künstlich runtergedumpt werden müssen, oder unpräziser gemacht werden müssen, oder mit anderen Vorteilen versehen werden müssen, weil es einfach nicht hinhaut. Aufgrund des Eingabegerätes ist das eine. Und das andere ist, gerade zu jetzigen Lockdown, Lockdown-Light, Pseudo-Lockdown, Semi-Lockdown, Total-Lockdown, wird diese Frage natürlich umso interessanter, dass Zusammenspielen mit Freunden, dieses Einfachmalschen und vor allem unkompliziert, auch mit Leuten, die vielleicht keinen Zugang sonst zu digitalen Spielen so haben, eine Möglichkeit zu finden, wie man schnell miteinander unkompliziert einfach mal vielleicht abends 40 Minuten zusammen eine Runde XY spielen kann. Das ist eine Herausforderung. Und ich sehe da in erster Linie eigentlich aktuell am ehesten Titel, die über den Browser laufen, oder die vielleicht irgendwie, da kennen bestimmt die geneigten Partyspieler und Spielerinnen der Stunde ein paar Titel. Aber das ist, denke ich, wenn wir über das Thema jeder bleibt für sich zu Hause, möchte miteinander spielen, zunehmend, das ist schon längst ein Thema, aber es wird vielleicht noch ein größeres Thema werden, wenn wir immer wieder solche Phasen auch erleben werden. Ja, ja, klar, klar. Das ist interessant. Also allein dieses mit den Plattformen, das ist ja eine unglaublich komplexe Geschichte. Ich war aus dem Häuschen, als ich vor ein paar Monaten gesehen hatte, dass die Leute vom Internet Archive, die sowieso eine ganz tolle Organisation sind, in vielfacher Hinsicht, sich die Mühe gemacht haben, viele Spiele aus den 90er-Jahren, DOS-Spiele, ich glaube auch Konsolenspiele und so weiter, also die haben praktisch einen JavaScript-basierten Emulator gebaut, der es macht, dass auf einem heute üblichen PC diese Spiele im Browser laufen. Und das sagt natürlich auch schon mal was aus über die ganze, ja, über diese ganzen Technologien, ja, Claudia lacht, aber es stimmt, und es geht relativ viel, ich kann es echt sehr empfehlen, es ist sehr geil, und es zeigt natürlich irgendwas über die Technologiewellen, die wir haben, wenn man verstehen will, warum Facebook Oculus gekauft hat und Oculus Quest oder so, so eine Revolution ist oder sowas, sieht man gleich, okay, das ist irgendwie, da ist jetzt im Abstand von zwei Jahren oder so was komplett Neues, was auch die ganzen Mechaniken verändert und die Art, wie man immersiv einsteigen kann und so. Und in 20 Jahren sind das wahrscheinlich die Billigtitel, die in jedem handelsüblichen Holo-Browser, ha, 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 Holo-Browser, in 20 Jahren cool laufen oder so, oder? Diese Wellen wird es jetzt immer wieder geben, wahrscheinlich mit allem. Ja, das war ja. Wobei, ich habe tatsächlich, ich habe vor längerer Zeit mit dem Kollegen Stefan Holtgen über das Thema gesprochen und erst vor ein paar Tagen mit dem lieben Michael Ebel, Grüße nach Neu-Ulm an der Stelle. Sind die alle hier? Kannst du sicherstellen, Rudolf, dass die uns jetzt gerade sehen? Ich werde Ihnen auf jeden Fall, also der erste Schlag geht immer zum Schlüsselbein, wenn die heute nicht da sind. Ähm, nee. Was ich sagen wollte, richtig, dass mit diesem, mit diesem, das ist eine zunehmend wichtige Frage, dieses Preservieren, das ist auf Deutsch. Was? Wie ist denn der Begriff? Preserve? Digitale Langzeitarchivierung. Ja, Preservatio, wie der Lateiner natürlich sagt. Langzeitarchivierung. Genau. Von digitalen Inhalten sowieso eine schwierige Sache ist und dazu zählen natürlich auch Spiele, klar. Und erst recht ist es für Spiele schwierig, wenn die zum Beispiel an bestimmte Hardware, Hardwares, oder Hardware-Plattformen gebunden sind und man praktisch bestimmte Aspekte an diesen Spielen auch nicht mehr replizieren kann, wenn man sie vielleicht maximal noch als Emulation hat, aber die im Verbund nur aufgetreten sind bei einer bestimmten Art und Weise, sie zu steuern. Und diese Hardware vielleicht einfach nicht mehr verfügbar ist, auf der Welt nirgendwo, die plötzlich dann nicht mehr nach, nichts ohne weiteres nachvollziehen lässt, was vielleicht der besondere Reiz daran war, was das Besondere daran war, warum es zu einer gewissen Zeit auch unheimlich fortschrittlich war und das ist eine Herausforderung, die in diesem Kontext auf jeden Fall auch mit rein spielt. Da fällt mir gerade ein, dass ich tatsächlich auch mal einen Vortrag gehört habe auf einem Bibliothekskongress, der sich von jemandem, ich glaube, das war Leipzig, die irgendwie als Bibliothek plötzlich einen ganzen Berg Spiele und Konsolen und Computer geschenkt bekommen habe, Lambert, erhält sich auch, die dann plötzlich angefangen haben, wie archiviere ich Spiele und wie nehme ich die auf, wie gucke ich, dass die Hardware erhalten bleibt, damit ich damit auch noch spielen kann. Also ich fand das ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht oder ob du weißt, wovon ich rede, ich habe nur noch im Kopf Leipzig. Also ich weiß, dass der liebe René Mayer ist doch in Leipzig in Sachen Spiele, aber der macht Hardware, glaube ich, Hardware-Sammler. Ja, 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 das kann aber sein, dass der da vielleicht mit dabei war, weil die hatten auch eine ganze Kollektion an Hardware. Ja. Spannend, spannend. Weil ich meine, es ist was anderes, auch wenn ich hier auf meinem Handy, das habe ich mal gemacht, mir einen Emulator drauf packe und ich habe Gameboy gezockt, so Super Vario Land, das habe ich früher gesuchtet. Du hast natürlich die Originalmodule auch zu Hause, das ist natürlich immer klar. Also ich hätte hier einen C64, da läuft er auch und da kann man spielen, aber kein Gameboy mehr, der ist kaputt gegangen. Wichtig ist, dass die Spiele, die du auf Emulationsbasis gespielt hast, auch zu Hause hast in deinem Besitz. Ja, natürlich. Okay. Da. Anzeige ist raus. Verklang mich. Ja. Akua hier Leipzig und japanische Spiele waren das, glaube ich. Ich habe den Vortrag auch gehört. Ja, ja. Unsere ZuschauerInnen wissen, was geht. Sehr geil. Sehr geil, ja. Übrigens, jetzt kann ich nochmal behaupten, dass alles von langer Hand geplant und vorbereitet hier ist, was natürlich total Kontrafaktisch ist. Heute ist nämlich der World Digital Preservation Day. Deswegen reden wir hier überhaupt. Nein, aber heute ist das nicht der World Digital. Ernsthaft? Entschuldigung. Das war Absicht. Ja, nee, klar, das war total Absicht, ja. Und ich kann jetzt auch so einen Move machen, so ähnlich wie Rudolf, nämlich Grüße gehen raus an meine Kollegin Micky Lindlar von der TIP, die heute von dieser internationalen Vereinigung, die jenen Tag anzettelt, einen Preis, also eine Auszeichnung, ein Fellowship für ihre Errungenschaften im Bereich Digital Preservation bekommen hat. Ist echt so. Guckt nach. Micky Lindlar findet ihr auf Twitter von der TIP und die hat, also sie ist eine absolute digitale Langzeitarchivierungsspezialistin und twittert Interessantes hierzu. Guckt es euch an. Ich finde, das sollte uns an der Runde Applaus werden. So, jetzt würde ich gerne noch eine Frage stellen, weil ich wüsste gerne, wie ein konkretes Paper aussieht oder ein konkreter Artikel oder Beitrag, den du geschrieben hast. Also, worüber schreibst du? Und bevor du mir sagst, worüber du schreibst, möchte ich noch fragen, mit was du schreibst? Word oder Latex? Markdown? Und das schreibst du gleich im Texteditor HTML. Ist keine Schande. Wäre okay. Ich verstehe jetzt gar nicht, was ihr alle von mir wollt. Ich gebe die immer als MP3 ab. Ich habe gelacht, aber ich habe... Dann tippt dir jemand ab. Oder nein, direkt MP3 verabschieden. Ich habe letzte Woche und die Wochen davor mit einer ganz lieben Kollegin der LMU über das Thema gesprochen, wann Abschlussarbeiten endlich als audiovisuelle Inhalte abgegeben werden. Wann wir uns entfernen von den dicken Wälzern. Was natürlich auch mit Preservatio Delectat zu tun haben wird, natürlich. Aber das ist vielleicht noch wie Musiker della Futura. Also ich schreibe aktuell, weil seit Jahren natürlich gelernt, sozusagen, schreibe ich ganz brav auf Word. Okay. Ich hatte auch noch nie, muss ich sagen, diese ganzen klassischen Fuck-Ups, die Leute immer behaupten, zu haben mit die Bilder, die schiebt es auf Seite B und ich kann auch die Seitenzahlen unten kommen, immer oben rechts raus. Also das, ich weiß nicht, geht eigentlich ganz gut, sage ich mal. Ja. Ja, wie sieht das aus? Das letzte Paper, das ich schrieb, war vermutlich vermutlich eins zu Wolfenstein, die Spielserie Wolfenstein. Okay, was hast du da, erzähl mir mehr, was hast du dazu geschrieben? Und war Wolfenstein nicht dieses Spiel, wo es noch, mir wäre es, als wäre es gestern gewesen, vor ein paar Jahren so eine Moralpanik drum gab, weil es einen schlimmen Einfluss auf die Jugend hat? Oder bringe ich das durcheinander, oder? Nee, ich denke nicht, also Wolfenstein ist ein gutes Thema, weil wir gerade, wir arbeiten gerade an einem Band dazu, einem Sammelband dazu, auch weil das erste, der erste Wolfenstein-Titel 81 rauskam und da ist natürlich 2021 unser Ziel damit rauszuballern. Wir wären dann der erste deutschsprachige Sammelband zu dem Thema und da habe ich tolle Mitstreiter gefunden, eine Dame und ein Herrn, Name der Redaktion bekannt, nämlich unsere eigenen. Okay. Und da ging, genau, war ich deswegen bekannt, weil ich glaube, mustergültig an Wolfenstein seit Jahren dieses Thema die Darstellung von verfassungsfeindlichen Symbolen verhandelt wird. Stimmt. Ja. Hakenkreuz-Debatte, ja. Ja, ja. Also unter anderem, da gäbe es viel zu verhandeln, aber dafür, denke ich, ist es sozusagen im Volksdiskurs am bekanntesten. Okay. Ja, ja, ja. Und die Frage, die ich da wieder mal nachgehe, weil ich gerne mit Utopien und Dystopien arbeite, war die Frage, inwiefern inwiefern Wolfenstein oder das Wolfenstein, das ich mir angeschaut habe, das ist von 2013 oder 2014, inwiefern es eine Fortsetzung von dystopischen Erzähltraditionen ist. Nur eben mit der Frage angehängt, wie manifestiert sich das nicht nur in den erzählerischen Anteilen im Spiel, sondern wie kann sowas übersetzt werden auch in Spielmechaniken? Weil das ist ja für die Spieleforschung grundsätzlich sehr interessant und da war auch ein langer oder ist immer noch ein Streitpunkt, auf was man sich in dieser Untersuchung von Spielinhalten eher so fokussiert. Schaue ich mir eher die Regelsysteme an, schaue ich mir die Mechaniken an oder schaue ich mir das Worldbuilding an? Es gäbe so viel abzufragen. Aber das sind vielleicht so die beiden großen Stränge, die auch zu diesem manchmal habe ich das Gefühl selbst kreierten Gründungsmythos, dem großen Schisma, dem Streit zwischen den sogenannten, man muss immer sogenannt dazu sagen, Narratologinnen und Ludologinnen führte. Je nachdem, wie man heute befragt, gab es diesen Streit nie oder es gibt ihn immer noch oder die beiden fechten regelmäßig Duelle aus. Wer kennt sie von Hamilton vielleicht? Ja, jetzt mittlerweile The Musical und die treffen sich nachts und schießen aufeinander. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese grundsätzlichen Richtungen, auf was man da beim Forschungsgegenstand Spiel in erster Linie drauf schaut, sind nach wie vor ein heißes Diskussionseisen und ich glaube, das kennen ganz viele Forschungsrichtungen. Spätestens um drei Uhr früh im Konferenz an der Hotelbar werden diese ganz essentialistischen Themen ausgepackt. Was ist eigentlich ein Spiel? Genau. Was ist ein Spiel? Ja, ja. Hm. Hast du den Link zum Hast du vielleicht den... Excuse me. Excuse me. Now is the time. Tell me. What is a medium? What is it? Existieren Spiele überhaupt? Ist das ganze Leben ein Spiel? Und was heißt das? Aber es hatte jemand gefragt, ob du einen Link zu deinem Paper hast. Ich wollte es gerade googeln, aber ich kriege das nicht gefunden. Falls du den Link... Du darfst es uns auch nachliefern, wenn du... Genau. Kann ich auf jeden Fall gerne nachliefern, ja. Ja, genau. Dann packe ich es auf unsere Webseite. Schön, dass unser Treus-Publikum sowas fragt. Erinnert ja auch ein bisschen an die Frage von Claudia vorhin mit dem Erstellen des Manuskripts. Ich habe noch eine ähnliche Frage, die in die Kerbe haut, nämlich bei dem Werk, was ihr jetzt plant und worauf du dich schon so freust, dieser Sammelband. Habt ihr da eine Open Access-Strategie für? Also könnt ihr sicherstellen, dass das schön für die ganzen Freaks dann im Netz schnell und einfach zugänglich ist und so, ohne hinter eine Paywall kriechen zu müssen? Hm. Also es hängt immer davon ab, ob wir es finanziert kriegen, natürlich. Ich habe jetzt... Ich hoffe, dass der liebe Arno Görgen mich jetzt nicht schlachtet, wenn ich behaupte, dass wir für unseren letzten Band zusammen so eine Open Access-Variante beim Büchner Verlag hatten. Der Verlag mit dem, an dem wir jetzt mit Wolfenstein basteln wollen, da ist kein, bisher keine Open Access geplant. Vielleicht könnte ich nochmal eine Finanzierungsrunde drehen. Oder zumindest über grünen Open Access-Verhandeln nach zwölf Monaten. Das stimmt. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Heißer Tipp noch, was immer auch ein Argument ist, mal darüber nachzudenken. Ich meine, oft ist es ja so, man hat diese Konstellation, entweder Open Access oder die bereits renommierte Verlagsmarke, die man aus irgendwelchen Gründen will, die aber aus irgendwelchen Gründen sich nicht auf Open Access einlassen mag. So partout nicht. Das ist in Deutschland bei diesen kleinen mittelständischen Verlagen leider oft noch der Fall. Dann kann man sich auch immer fragen, lohnt es sich vielleicht aus anderen Gründen sowieso, über einen anderen Verleger nachzudenken, weil gerade bei diesen digitallastigen Themen zeigt es sich oft, dass die neuen Spieler zwar noch nicht so bekannt sind, aber einem oft bestimmte Extras bauen können, die für so ein Buch im Bereich Game Studies total hilfreich sind. Also wo man zum Beispiel vielleicht ein multimediales Element besser in die digitale Version des Buches integrieren kann oder so. Nur so als Anregung. Und dann gehört einfach Open Access zum Paket dazu. Aber ja, ich wollte dich unerwähnt lassen. Also Claudia und ich sind ja immer auf der Seite, wir sind so die Spezialisten für die äußere Form der wissenschaftlichen Information und interessieren uns sehr dafür. Ja. Ja. Also ich kann vielleicht an der Stelle auch mal sagen, dass ich arbeite seit Jahren jetzt mit dem Verlag Werner Hülsbusch zusammen. Jetzt mal hier, müsst ihr das schon claimen als Werbung jetzt? Geht noch. Also weil, äh, geht gerade noch so, ja. Ähm, da sind, ich meine, das sind, das muss ja mal gucken, wo kriegt man, Game Studies ist auch ein Thema, da haben jahrelang die Verlage das Gegenteil von angeklopft bei Autoren und gesagt, hey, Game Studies, super Thema, bring das doch bei uns. und, äh, da war der Werner, wir nennen uns auch mal beim Du gerne, der war so früh nicht nur erstens dabei, sondern ist auch in dem Herstellungsprozess geht der einfach so viel extra malen, ja, also ich weiß nicht, wir saßen auch oft auch schon nachts zwei, drei Stunden über Manuskripten und dachte mir, das wirst du wirklich, das ist die absolute Mega-Ausnahme äh, und solche, wie soll ich das, solche Loyalitäten, ja, die binden natürlich auch zurecht. Äh, und dann muss, klar, man muss immer aufs Gesamtpaket schauen, mit Leser und Leser in dem Kopf auch, da stimme ich auch schon zu, ähm, aber es ist gerade für, für Menschen auch, die noch keine, sagen wir mal, institutionelle Anbindung haben, Stichwort, wie der Drittmittel oft, ist nach wie vor eine Herausforderung, also merke ich auch, äh, einfach selbst, betroffener könnte man so einblicken. Ja, 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 sicher, ja, das auch vielleicht, ähm, ja, mit, mit neuen oder sich gerade etablierenden Forschungsfeldern oder Gebieten oder Bereichen, ähm, ne, da ist ja öfter solche Probleme. Aber, wenn ich noch mal zu dem, zum Paper zurückkomme und jetzt mir, also ich hab gefragt, was war dein letztes, hast du ein, ein Paper oder ein Thema, das dir ganz, ganz besonders am Herzen lag oder liegt, also wo du quasi, also wo du anfängst, nach dem 30. Bio noch mal drüber zu philosophieren. Ja, also eigentlich alles, was mit Utopie und Dystopie zu tun hat, sind so meine großen Steckenpferde, letzten Endes sagen. Das heißt? Ja, es hat damit zu tun, dass, äh, ich einen, im Grundstudium war das, ich hab, äh, Politikwissenschaft in München studiert und im Grundstudium hatte ich, ähm, ein Pro-Seminar, äh, zum Thema politische Utopien der frühen Neuzeit und dieses Seminar von, äh, Professor Dr. Henning Ottmann war derart exzellent und augenöffnend und das in einem natürlich vollkommen überfüllten Pro-Seminar, äh, Raum, klar, 15 Leute sollen hören, äh, 52 quetschen sich rein und trotzdem, das war für mich so wirklich revealing, so eine fast schon religiöse Erfahrung, äh, äh, mit diesen Utopien so in Kontakt zu treten und es hat mich auch nicht auslassen und ich hab dann eigentlich mein, seitdem geht meine ganze, mein ganz Forschungsinteresse bewegt sich so in diesem, in diesem, in diesem Janus-Kopf-System von Utopie und Dystopie, ja. Und wieso sind jetzt Utopien viel schwieriger? Genau. Möht mal auf. Was von unserem Vorgespräch, gell? Ja, erklär das mal. Das ist angeblich, äh, dem großartigen, äh, Hongkong-Regisseur, John Wu, der dann auch später in den USA gedreht hat, aber wir erinnern uns an die guten Bloodshed-Filme aus Hongkong. Äh, die hat das Zitat, what? Zeigt mir sofort die Gameboy-Originale. Äh, Moment. Wird immer das zugeschrieben, das Sprichwort, es ist spannender im Auto beim Explodieren als beim Einparken zuzusehen. Und, ähm, Es sei denn, das Auto explodiert beim Einparken. Das stimmt. Und, ähm, dahinter steckt natürlich für mich immer das Bild, es ist viel einfacher, etwas spektakulär, äh, zerstört zu sehen, als etwas sozusagen konstruktiv aufgebaut zu sehen. Und, es ist einfach aufgrund der, der Ereignisse oder der, der geschichtlichen Zäsuren des 20. Jahrhunderts fast unmöglich oder vielleicht sogar schon mehr als unmöglich noch das Wort Utopie so in den Mund zu nehmen, so naiv, gut, glaube ich, in den Mund zu nehmen, um wirklich zu sagen, wie schaut denn dieser Gemeinschaft oder dieser Gesellschaftsentwurf auf, der wirklich zu den besten möglich denkbaren Gemeinwesen führt. Sofort haben wir natürlich die Bilder im Kopf von Pol Potts, Stalinismus, Holocaust, alles, was schief lief an vermeintlichen Utopien und Menschenbildern und Gemeinbildern, kriegen wir nicht mehr aus unseren Köpfen raus, wenn wir diesen Utopiediskurs erstmal anstoßen. Es ist eben immer viel einfacher zu sagen, äh, wie geht es in die andere Richtung, ja? Obwohl, ähm, obwohl es bestimmt sozusagen, obwohl bekannt ist, dass eigentlich Utopien in ihrer Form und Intention durchaus einem konstanten und steten Wandel auch unterworfen sind, ist es trotzdem so, dass sich einfach da sozusagen zumindest in großen Teilen im Allgemeinen noch diese konservative Lesart durchgesetzt hat, die praktisch utopisch mit, äh, im besten Fall nicht realisierbar, im schlimmsten Fall mit, äh, führt in den Völkermord gleichsetzt, ja. Okay. Jetzt, ja, 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 das ist, das ist gut, es ist, ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, also ich finde es auch in anderen Bereichen immer spannender, mich manchmal nicht zu fragen, was können wir, ähm, besser machen, sondern was müssten wir eigentlich machen, um es noch katastrophaler zu machen und da blühe ich dann auf, da habe ich Ideen, wie man, wie man alles noch schlimmer machen könnte. Ich bilde mir, ich bilde mir sogar ein, dass mittlerweile es so runter, äh, runter nivelliert wurde, dass sogar Personale auf die Idee kommen zu fragen, äh, wie müsste, also stellen Sie sich einfach vor, Sie kommen am Abend nach Ihrem ersten Arbeitstag nach Hause und erzählen Ihrem Partner von dem ersten Arbeitstag und wie müsste der aussehen, damit Sie Ihrem Partner erzählen, der Tag lief super. einfach das Umdrehen, was muss alles super gelaufen sein, damit ich super zufrieden mit diesem Tag bin, so kommt mir das manchmal vor, dass man da einen utopischen Spin reinlegt, ja. Ja, ja, okay, I see. Aber, ähm, gibt's denn, gibt's ja klassische, oder gibt's Spiele, die mit Utopien spielen, also die, die, äh, wo dir jetzt sofort eins einfällt, die versuchen, so eine Utopie als, äh, Kern zu haben? Ja, also für mich ist das, das war auch Gegenstand tatsächlich der Dissertation. Ich hab versucht irgendwie, ich hab versucht in Online-Rollenspielen, in denen sich ja Gilden zusammenfinden, also Gruppen, konstante Gruppen von, von Spieler und Spielerinnen, und meine These, äh, war damals zu gucken, ob nicht diese, diese Gilden eigentlich ein Versuch jeweils sind, ein Mikroversuch darstellen, ein jeweils bestes Gemeinwesen im Virtuellen zu etablieren, ja. Und da war ich, also wenn ich heute lese, ich finde mich da reichlich optimistisch, aber, ähm, aber, ähm, diese, ich mein, weil letzten Endes wird da ja, wird da ja, äh, auf der, auf der Mikroebene und vielleicht auch der, der Mesoebene schon versucht, also da übergebt, übergibt uns, der, der Designer des Spiels und die Designerin des Spiels eine Möglichkeit, ähm, Gemeinwesen zu schaffen. Wie wir das jeweils, natürlich, jedes Spiel hat Grenzen, und so weiter, und so weiter, alles klar, Punkt, 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 und Gewinninteressen, und ha, ha, wissen wir alles, aber trotzdem in einem bestimmten Ausmaß, sind Spielerinnen angehalten, ihr Gemeinwesen durchaus politisch zu organisieren, ja, um dort teilweise eben gewissen, man nannte die früher auch so Achiever, Achiever-Gilden, die halt eher wirklich Spielinhalte vielleicht in den Vordergrund gestellt haben, die mit eigenen Recruitern losgezogen sind und versucht haben, die besten Positionen zu besetzen, um Spielziele zu erreichen, um sozusagen kulturelles Kapital anzureichern im Spiel, wir sind die erste Gilde, die das und das geschafft hat, wir haben es in kürzester Zeit geschafft, wir sind einfach Killer in dem Business, aber genauso gab es die sogenannten Family-Gilden, in denen Leute einfach zusammen, über einen langen Zeitraum zusammen waren, und einfach eine gute Zeit hatten, und Spielziele vielleicht halt nebenher mitgenommen haben, beide Gruppen war vielleicht dann wieder zu eigen, dass sie sich auch ein- oder zweimal im Jahr auf Gildentreffen auf dem Campingplatz in Porta, neben Porta Westfalica Dosenbier reingekippt haben, was auch ein Teil von Gemeinbildung ist, weil jeder Pfadfinder weiß das und jede Pfadfinderin auch. Also genau, das könnte jetzt so eine, es könnte so ein Ansatz sein. Ich muss ehrlich sagen, genau diese Sachen mit den Gilden und so waren das, was mich echt lange Zeit und vielleicht ein bisschen auch noch bis heute an diesem ganzen, an dieser ganzen sich rein fantasierenden Fantasy-Welten gestört hat, muss ich echt mal sagen, jetzt bei dieser Gildenheit, weil ich immer so das Gefühl hatte, dass man irgendwie so, dass es so eine Weltflucht ist, die so ein bisschen so einen reaktionären Touch hat, weil man sich irgendwie in Zeiten vor der Moderne zurückträumt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man so, hey, man kann, also wie geil wäre es, wenn man sich das mal ganz einfach denkt und der eine ist Schmied und die andere ist Bäckerin und dann tauscht man untereinander die Sachen aus oder so, wo dann ja leicht in Vergessenheit gerät, okay, das ist eine Welt, in der es irgendwie keine Antibiotika gibt und naja, gut, also ich will jetzt nicht dafür Magie und ich, und inzwischen sehe ich, glaube ich, nicht mehr ganz so hart, weil ich verstanden habe, dass natürlich diese Projektionsfläche einer solchen Welt sozusagen auch jetzt mal den, die mögliche falsche Gesellschaftskritik oder so beiseite gelassen, beiseite lassend auch so einen Moment hat, dass man einfach auf so eine Mikroebene guckt und sagt, okay, wie kann man Spaß daran haben, sich mit anderen so zu organisieren und sich mit den anderen Gilden zu streiten, das muss man, darf man vielleicht nicht so politisch sehen oder so, das habe ich inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen kapiert, also okay, geschenkt. Ja, aber also ich habe damals, das war zwischen, zwischen 2005 und 2008, habe ich mit, nicht böse sein, aber ich glaube, es war Tobias Bevtsch, heißt der Kollege, auch Politikwissenschaftler, der absolut konträr sofort gesagt hat, also für ihn ist das, Stichwort reaktionär, weil diese Art von Gildenorganisation, die kann natürlich auch wirklich sehr straffe, autoritäre Züge haben, und das ist natürlich eine Seite, die man in die Gleichung mit aufnehmen muss, weil wenn man sich davor die Augen verschließt, das wäre im besten Fall naiv. Da könnte man sagen, man ist froh, wenn man mal nach dem Arbeitstag endlich mal auch noch zu Hause in der Gilde als Depp für alles gedemütigt werden darf, weil nicht schon in der Arbeit so davor. Vielleicht ist man ja in der einen Leben der CEO der Firma und in der anderen der Hufschmied der Gilde. Ja, das ist aber auch so ein Techno-Optimismus-Talk. Ja, ja, ja. Das gab es eine Zeit lang so ganz intensiv, dass Leute gesagt haben, ja, also Gilden, das ist doch super, weil die lernen da, Leute zu führen, die lernen da Empathie, die können große Verbände organisieren, und wo du halt, das sind genau dieselben Argumente, die früher auch immer bei Games kamen, wie Auge-Hand-Koordination wird besser, räumliches Vorstellungsvermögen wird besser, Reaktionsgeschwindigkeit wird besser, und du so, ja, klar, aber dann kann ich einfach nur besser Leute erschießen, ja, 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 ja. Also das kann man halt beliebig immer drehen, weil Leute, diese ganzen Lernsoftware- Wildpädagoginnen, die gesagt haben, Lernsoftware funktioniert, mit diesem apologetischen Moment, die dann aber in der gleichen, mit dem gleichen Reflex eben nicht zugestehen wollten, dass bestimmte Spiele vielleicht auch ein Aggressionspotenzial fördern, freilegen, was auch immer, ja, ja, das ist echt ein heißes Eisen. Wahrscheinlich auch nicht einfach zu, einfach, einfach zu beantworten, also es gibt, gibt da nicht, dass es führt auf jeden Fall zu oder es führt auf gar keinen Fall zu, sondern es ist einfach ein, ähm, eine ganz individuelle Sache und, äh, ich glaube, das ist, das ist gar nicht so einfach zu sagen, ja, und ich kann mir schon vorstellen, beim, dass man da eine, eine klare Antwort, ähm, mit, mit einem einfachen Forschungsansatz nicht hinkriegt, da müsste man viel mehr reinstecken, also da, da fände ich echt, da wäre doch auch mal Geld gut investiert, die Politik, die immer behauptet, dass, ne, das Ego-Shooter, wie man hier so sagt, ähm, Probleme verursachen, wo ist da, ne, wo ist da noch mehr Forschung, also ich glaube, da wird in nächster Zukunft einiges passieren, viele Grüße, Melanie Fritsch, viele Grüße, ich wollte gerade noch mal aufgreifen von, von JP Thiele aus dem Chat, ähm, findet nämlich auch so postapokalyptische Gesellschaftsbildung sehr interessant, sowas wie Fall, ähm, Horizon Zero Dawn, also quasi nach der Apokalypse die Welt wieder aufzubauen, das ist ja dann irgendwie, also erstmal muss man alles in die Luft sprengen und dann fängt man noch mal von vorne an. Ja, und macht vielleicht, ohne es zu wissen, äh, dieselben Fehler von vorne. Ja, ja, absolut. Das ist so ein bisschen das, woran ich immer denke, bei, ähm, bei Star Trek oder solchen, solchen Filmen, also bei Filmen denke ich da schon immer sehr dran, dass man so, das ist eine ganz utopische Science-Fiction-Welt geschaffen hat, aber am Ende geht es immer um dieselben menschlichen Urprobleme. also, ähm, und es bilden sich doch immer wieder so Strukturen aus, die man schon kennt, die Fehler werden wiederholt oder, und ich glaube, das bei Spielen kann das ähnlich passieren. Ja, wie heißt es so schön? Science-Fiction ist das Fenster, nicht die Aussicht. Ja, ja, genau. So, das ist, das ist ein super Zitat. Ja, Santa Ausspruch, ja, ich erinnere mich gerade an eine Twitter-Unterhaltung und ich glaube, Claudia, da warst du mit drin, da schwärmte jemand von dem, von der realistischen Sache des neuen Microsoft-Flugsimulators und dann wurde darunter kommentiert, ähm, äh, ja, geil, ich würde gerne mitfliegen, aber als Passagier, so dass ich nur die Bordunterhaltung habe und aus dem Fenster gucke, aber nicht die Komplexität des, ähm, Fliegens oder so. Das fand ich eine lustige Idee, also auch nochmal zum Thema Perspektive. Aber, aber na mal, das Spiel gibt es. Ja, ja, das war überhaupt der Witz, das ist noch nicht mal erfunden. Genau, es gibt dieses Spiel. Ja, und es hat super interessant, witzige Rezensionen auf Steam, wenn ich das mal kurz anmerken darf, wo sich Leute darüber beschweren, dass man ja nichts tun kann. Weil man ja nur da sitzt. wie toll, okay, was ist der Punkt daran? So, und jetzt, Rudolf, jetzt nur nochmal, Steam-Nutzerrezensionen versus Game Studies. Wer schafft mehr? Nein, aber das ist da so eine Art, ähm, Lion-Philologie der Games, oder? Diese Games-Rezensionen, liest du sowas überhaupt? Ist das eine Ebene, die es für dich gibt, oder? Also ich, äh, ich bin ja, äh, neben der Forschung-Tätigkeit, bin ich ja auch vier Tage die Woche bei Koch Media. Äh, das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber auch dem Spiele-Label, zum Beispiel Deep Silver, ähm, ähm, und da spielen natürlich, also ich bin da im Bereich Community und Social Media hauptsächlich aktiv, und da ist natürlich das Thema Steam-Reviews ein Riesenthema, ja, und da könnte man, aber muss man halt ziemlich genau, einfach auch für sich selbst überlegen, Stichwort Work-Life-Balance, weil es gibt immer eine Steam-Review mehr als dich. Ja, ja, naja. Also, äh, das ist, es ist sehr wichtig, äh, zweifelsohne, nur, wenn man da nicht lernt, zu priorisieren, wo wir drauf springen müssen, in unseren Ressourcen, und wo nicht, dann ist man, dann geht man unter, dazu ist man dann verdammt, ja, das ist vergleichbar ebenso wie früher, vielleicht auch vor ein paar Jahren, Amazon Reviews, ja. Naja, aber ist das nicht auch, also, ich weiß es nicht, gibt es da schon Forschung, die sich mit Reviews von Spielen beschäftigt, also, ähm, wer, wer die schreibt, ähm, wie die sich so verteilen, ähm, ähm, gibt es da schon? Ja, also, ich möchte an dieser Stelle einen Aufruf starten, äh, die Politisierung der Berichterstattung über Spiele wäre mein Lieblingsthema für eine Drittmittelstelle, oder ähnlich, also bitte, äh, schreiben Sie mir. Eduard Zimmermann ruft in die Schweiz und Österreich. Äh, äh, absolut großartiges Thema, weil, wer letzten Endes kuratiert sozusagen, der ist das Bottleneck, und da geht's, äh, dem deutschen Videospieljournalismus, oder Komiteospieljournalismus, der eigentlich früher zumindest ein ganz klassischer, äh, eine Mischung aus Service- und Technikjournalismus war, und weniger eine, die, äh, für tonistisch, essayistisch agiert hat, früher zumindest, und es hat sich zunehmend und in einem ganz interessanten Maße verändert, äh, da gibt's wirklich mittlerweile auch aus, aus deutschsprachiger auch eine Reihe von interessanten Publikationen, zum Beispiel, hier, äh, die Gain, grüße Pascal Wagner, oder der Kollege Christian Schiffer mit der WASD, aber auch online einfach unheimlich viele Angebote, ähm, die sich, die jetzt mit journalistischer Brille auf, über den Gegenstandsspiel anders schreiben, und sich zunehmend, ähm, in der Gestalt über die Spiele äußern, dass eben nicht mehr sofort klar ist, es ist jetzt eine Kaufempfehlung, oder nicht, ist dieses Lächeln der Mona Lisa, 6,8 von 10, oder doch 7,2 von 10. Huch! Nein, Rudolf ist weg. Da war Rudolf weg. Rudolf kommt bestimmt wieder. Er kann, er kann in unserem Call wieder joinen, wenn er, ähm, gleich wieder da ist. Das machen wir jetzt, jetzt müssen wir wieder Überbrückung machen, wie, setzen wir bei Henning. Wie, wie waren denn die ganzen Mechanismen dafür? Ich weiß es nicht mehr. Aber, ich wollte auf jeden Fall nochmal in den Chat fragen, wenn ihr nämlich noch Fragen habt an Rudolf, ihr könnt die jetzt nochmal raushauen, denn wir sammeln die nämlich nochmal, also sonst fragen wir hier einfach das, was uns interessiert, wie immer, ne? Und ihr wisst, was das heißt. Wir fragen, was uns interessiert. Wir philosophieren dann. Wir philosophieren, genau. Nein, eine Sache war im Chat, und die haben wir gar nicht aufgegriffen, das ist schon ein Weilchen her, nämlich was dieses Credit bekommen, ähm, denn bedeutet, oder was für eine Bedeutung hat. Ah, stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht, worauf es jetzt ging, oder was der Bezug war. Eine Sache, die mir aufgefallen war, ähm, hier bei der Games-Developer-Szene in Hannover, bei deren Diskussionen, da haben Leute, das war eine Grafikdesignerin, die irgendwie mit einer Spezialisierung schon auf Spieleszenarien, also Grafikdesign macht, und die hatte dann so eine Portfolio-Seite, oder so. Also ich glaube, dass sowas wie Reputationsbildung, oder sowas, oder die eigene Arbeit, dann gebündelt ins Schaufenster stellen, so, aber ich, das ist generell vielleicht bei Grafikdesign auch so, das ist gar nicht so spielespezifisch, das scheint eine Rolle zu spielen. Ansonsten stelle ich es mir hart vor, es ist halt schwierig, nicht? Ich meine, A ist die Frage, ne, äh, merken die Leute wirklich, dass du beteiligt warst, ähm, an einem Spiel, also einen irre langen Abspann, wo dann alle nochmal aufgeführt werden, wie bei einem Spielfilm, gibt's ja wohl bei Spielen. Doch, 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 doch. Ja, manchmal schon. Also, also manchmal gibt's es schon, und, ähm, ich kenne auch viele Streamer, die tatsächlich zum Schluss, wenn sie fertig sind, ähm, die Credits durchlaufen lassen, also jetzt nicht, dass man da die Namen vorliest, aber die das durchlaufen lassen, und quasi beim Abspann nochmal das Spiel reflektieren. Ne, also wie hab ich das Spiel jetzt gefunden, und, und so weiter, und dann läuft das schon nochmal durch, ist tatsächlich wie beim Film, aber manchmal halt auch nur aufrufbar, aber das Menü, oder manchmal, ja, versteckt irgendwie, ne, also nicht so im Abspann mit Musik vielleicht. Ja, aber doch, das gibt's, ne. Toll, toll, ja, schön. Wenn du magst, könntest du, ah, da, da, da passiert doch was. Ah. Wir sehen zumindest schon mal den, den, das, das Standbild. Ein Avatar ist schon hier. Genau. Mit Fliege. Es lädt, es lädt. Du bist zurück. Ich bin weg. Was ist da geschehen? Ja, keine Ahnung. Das böse Internet. Ja, ich glaube, dass die Mainstream-Journalismus-Sekte nicht zulassen wollte, dass ich weiter ausführe, was Sache ist. Ja, ich glaube auch, die Leute von Steam haben gedacht, wehe, du machst unsere Rezensionen runter. Stimmt, ich werde mal Drich Merz, ja. Es sind nicht alle in der Mainstream-Computerpresse, die dich verhindern wollen, Rudolf. Aber es sind große Teile, die alles daran setzen, dich zu verhindern. Ja, das ist ja auch, muss man ehrlich sagen, es gibt ja nicht mehr viele, diese klassischen Flaggschiffe der deutschen Spieleberichterstattung, wie zum Beispiel die GameStar, dass die sich, das war sehr interessant, weil die haben sich natürlich, und das ist sehr angenehm, finde ich, die haben sich thematisch unheimlich geöffnet in den letzten Jahren. Das ist definitiv, muss man feststellen, und es ist eine gute Entwicklung. Und da herrscht mittlerweile auch eine andere Form von Berichterstattung, eine Vielstimmigkeit, die, finde ich, diesen Publikationen auch wirklich gut tut. Und liegt das daran, dass die mit ihrer Zielgruppe alt geworden sind? Also ich will jetzt nicht wieder mit den Opa-erzählt-vom-Krieg-Perspektive anfangen, aber gibt es so einen Effekt? Das ist jetzt so eine Ad-Hoc-Theorie gerade von mir, dass die Leute, die mit Computerspielrezensionen als Printprodukt und dieser Bündelung und Homogenisierung des Diskurses groß geworden sind, jetzt auch weiterhin bereit sind, da hinzulatzen, das vielleicht sogar zu abonnieren, und das dann auch für die geschrieben wird? Oder kann man das sehen? Also da müsste man natürlich jetzt mal in die, müsste jetzt Leute wie Michael Graf mal ihre Preisarchive und Geheimarchive öffnen, wie die wirklich durchkalkulieren. Aber ich denke, meine These wäre mittelfristig mit Print ein Luxusprodukt und wird entsprechend auch vermarktet und behandelt dann. Also wie da die Monetarisierungsmodelle dieser Publikationen aussehen, wenn ich die Lösung wüsste, dann würde ich es wirklich diesen Verlagen exklusiv verkaufen. Man sieht es ja, wie viel verschwunden sind mittlerweile früher, die Bravo Screen Fund, was die für eine gigantische Printauflage hatten, weg vom Fenster, ja. Computerbildspiele. Das sind ja alles, das ist ja nichts, was so in nächster Zukunft passiert ist. Das ist ja schon passiert, ja. Ja, ich meine, ich gucke in Bibliotheken, wie viele sind bei uns, also wir sind E-only Zeitschriften auf Papier. Was soll das nochmal sein? Habe ich jetzt nicht, habe ich nicht verstanden. Papierzeitschriften? So, ja. Da steht ein Drucker, da hinten. Das Ausdrucken, dann haben wir es auf Papier, den Artikel. Genau, ja, ja. Aber was man wirklich sagen muss, und das wäre jetzt sozusagen, ist aktuell für mich das große, eigentlich mein Lieblingsthema tatsächlich. Man erkennt zunehmend, also es gibt eine Form von Coverage, die sich mit Spielen beschäftigt, die ich absolut spannend und super finde. Das sind viele Kanäle auf Videoplattformen, Videoessays über Spiele, wo sich eben kulturjournalistische Aspekte mit Game Studies Forschung so ein bisschen vermischen. Also es sind wirklich super Formate von sehr engagierten, sehr klugen Menschen, die dort über Spiele sprechen. Und jetzt kommt der große Haken. Der Kollege Freiermut von der TH Köln, der hat gerade in dem Handbuch Gameskultur, glaube ich heißt das, ein Einführungschapter über Game Studies geschrieben. Und kommt zu dem Fazit, dass die Game Studies in deutschsprachigen Ländern oder in Deutschland circa ein Jahrzehnt hinterherhängt, im Vergleich zu den Nordics oder zu vielleicht irgendwo sonst. Ob ich da unbedingt zustimmen würde, weiß ich nicht. Bei dem Thema Videoessays zu spielen, ist es definitiv so. Es gibt dazu kaum deutschsprachigen Content, während es unheimlich viel bereits englischsprachigen super Content gibt, mit dem man problemlos Seminare bestreiten kann. Das ist fantastisch. Das war auch das, was ich am Anfang gemeint habe, mit dem ich fühle mich manchmal richtig schlecht, dass ich denen nicht dauernd irgendwie, müsste man dauernd den Geld geben, weil die liefern so super Input. Ja, das ist das Thema Open Educational Resources quasi angeschnitten. Also Sachen, die man auch tatsächlich für die Lehre einfach, oder für die Forschung und Lehre einfach benutzen kann. Und wer den nächsten Sammelband zu eurem Lieblingsthema an den Start bringt, macht das mit einem Open Access Publisher, der bereit ist, sich zu integrieren mit einer Videoplattform, wo ihr dann als begleitendes Parallelmaterial Videoessays haben könnt. Oh, das wäre ja geil. Ich meine, wenn es ein innovativer Publisher ist, der Bock hat, das digitale Medium voll auszukosten für euch und was möglich zu machen, warum nicht? Eine geile Idee. Nur so eine Idee gerade. Wenn ich nochmal harsch das Thema wechseln darf, ist er, du möchtest noch was sagen, Rudolf, dazu? Nein. Außer du möchtest mit harsch, du möchtest mit harsch vielleicht auf meine fehlenden Haare anschauen. Nee, nee, nee. Nee, das habe ich heute noch gar nicht gesehen. Aber nein, ganz anderes Thema. Nämlich, ich hatte mich schon mal damit beschäftigt, mit Twitch speziell, weil ich meine, wir sind ja hier auf Twitch und hier werden ja ganz, ganz viele Games gestreamt. Ist denn auch diese Kultur des Gaming-Streamings und wie die Kommunikation und Community-Bildung hier läuft, Teil von Game Studies? Ist das auch da ein Thema oder gehört das woanders hin? Würdest du das woanders einordnen? Super Frage. Nee, ich denke, eigentlich ist es ein Kernthema letzten Endes. Wie Spiel, vielleicht auch für die Rezeptionsforschung dann, aber auch für das Community-Building natürlich, setzt natürlich auch voraus, dass jetzt könnte man fast sagen, vielleicht auch eine Generation von Game Studies-SpieleforscherInnen vielleicht so weit in der Mediensozialisation schon fortgeschritten, dass die sich schwer tun, das überhaupt noch als Gegenstand in den Blick zu nehmen. Und da schließe ich mich auch gar nicht aus. Sondern schließe ich mich eher ein Ausrufezeichen. Ich habe übrigens hier ein Buch über Twitch und ich habe tatsächlich auch eine Dissertation über Twitch gefunden und ich fand das halt ganz, ganz interessant. Und deswegen hatte ich so die Frage, ob das da Teil davon ist. Weil ich bin jetzt ganz froh, dass du sagst, das ist Teil davon und auch ganz wichtig. Weil das ist halt, also ich finde, das ist so eine Meta-Ebene, so wie du darüber gesprochen hast, die Gildenbildung und wie da das Zusammenspiel läuft. So ist es natürlich Meta, wenn man nicht vielleicht zusammenspielt über den Stream, sondern gemeinsam jemandem dabei zusieht, wie gespielt wird. Das ist ja nicht in-game, sondern darüber hinaus. Also diese Meta-Ebene haut das dann auch nicht nochmal rein in diese Diskussion, die du vorhin beschrieben hattest, Rudolf, mit dem LudologInnen und den NarratologInnen. Weil dann mit dieser Meta-Ebene mache ich doch eigentlich was, dass ich inszeniere und damit auch erzähle, wie ich spiele. Also ich lasse sozusagen andere dabei zugucken, wie ich spiele und erzähle damit auch, wie ich spiele, oder? Kann man das so sagen? Das wird ja alles immer noch komplizierter. Ja, aber ich würde das gar nicht so sehr an dieser Unterscheidung festmachen. Also ich glaube schon, dass dieses Thema Celebrity Culture eine Rolle spielt, weil man ja sieht, mit welchem Einfluss die größten Talents, Influencer, Twitcher, Streamer, YouTuber, Let's Player und innen jeweils am Start sind. Man sieht das immer ganz gut. Wir sind ja auch als, ich glaube, das war jetzt dieses Jahr, ist die Gamescom, die ja frühe Gamesconvention in Leipzig war. Jetzt sind es ja in Köln seit Jahrzehnten oder was. Da bin ich jetzt seit 2003 oder 2004 jenes Jahr. Dieses Jahr war halt das Erste, das nicht stattfand. Da war es halt online. Und dort sieht man ja, wenn dort bekanntere Streaming-Gesichte aufschlagen, dann ist es halt Rockstar-Status. Und das kann man jetzt belächeln oder auch nicht. Das ist zweitrangig, ja. Ob das Sportstar sind oder Streamer-Stars oder streamende Sportstars, die FIFA spielen oder F1-Rennen spielen. Ja. Berührungspunkte sind ja Manifest, ja. Also wer es da nicht begriffen hat, mit welchem Kaliber an Medienmacht man es zu tun hat und mit welcher Reichweite da auch operiert wird und mit welchen potenten Werbepartner und Partnerinnen man seitens der Industrie damit auch zu tun hat gleichzeitig. Ja, der hat eigentlich zumindest, also für Spielemarketing sowieso nichts zu suchen, der das nicht versteht. Aber auch für die Game Studies ist es ein bestimmtes Forschungsfeld, ja. Ja, so ein bisschen angrenzend dann an Influencer-Marketing, wie es in anderen Bereichen zu finden ist. Spannend. Sehr, sehr spannend. Aber klar, ich meine, wenn so ein Gronke streamt und dann irgendwie 25.000 Leute ihm dabei zusehen, dass das, wenn der da sein Spiel lobt oder kritisiert für Auswirkungen haben kann, ist vorstellbar. Ja, man sieht auch, dass... Und wir werden noch einen anderen Assoziationshüpfer machen, wenn ihr erlaubt. Aber wenn ihr erstmal dabei bleiben wollt, dann... Was Rudolf sagt. Vielleicht noch einen Satz. Ja, gerne. Man sieht ja auch, dass die Spielebranche ist natürlich auch nicht gefeit vor ihrer Politisierung. Großes Thema Gamergate oder MeToo. Das wollte ich gerade fragen. Genau. Und auch dazu kann man auch als Influencer oder Influencerin, wenn man dazu traut, sich in die Stellung zu beziehen, dann merkt man ja sofort, dass man da... Manche kommen da auch in so einen Rechtfertigungsstrudel. Von manchen wird auch erwartet, dass sie sich anders dazu äußern und dass sie sich gar nicht dazu äußern. Und das ist ein... Darum ist es auch ein extrem... extrem spannendes Feld. Ja, und ich glaube, auch da kommt dann wieder rein, Games sind politisch. Sagt man. Grüße nach Wien. Eugen Pfister. Ich liebe dich. Ah, macht der Politik in Spielen? Auch. Was nicht Serious Games, nur Political Games. Wir müssen unbedingt eine annotierte Version dieses Videostreams hier zugänglich machen, wo wir die ganzen Credits, die du gibst... Ach, verdammt. Da musst du uns aber so eine Liste schicken. Ja, klar. Ja, okay. Ja, also das... Ja, ich finde das halt total spannend, weil ich merke halt auch durchaus, dass dann quasi große StreamerInnen nicht nur was im Bereich, welches Spiel wird wie wahrgenommen tun können. Also da Einfluss haben, sondern eben tatsächlich auch gesellschaftspolitisch Einfluss haben. Also da ist ja wirklich was los. Wenn die sich da mal äußern und sagen, was, Sexismus in Spielen gibt es nicht. So, dann tritt da eine Debatte los. Ja, und ich fand es bei Gamergate so interessant. Ich hatte über deinen Twitter-Stream, wo du jetzt noch einen Essay entdeckt, erst vor einer Stunde oder sowas, bevor das mit der Show losging. Und vielleicht können wir den vom Forschungsstrom-Account aus auch nochmal retweeten oder so. Fand ich eine super interessante Entdeckung, wo die nochmal beschrieben haben, inwiefern Gamergate sozusagen, also eigentlich ganz bitter irgendwie, so eine prägende mediale Form von Kampagnen, die auch für die neue Rechte positiv was ins Bewegung gebracht hat, erfunden haben. Und so eine ganz bestimmte Art von Online-Campagning, wo es Einzelne leicht haben, sich anzuschließen und so. Und Teil von so einer diffusen, ja in diesem Fall dann so Maskulinitäts-Community zu sein, bestimmte Ressentiments superaggressiv online auszuspielen mit so bestimmten Sachen und so. Fand ich eine sehr interessante Beobachtung. Und wahrscheinlich muss man es auch in dem Kontext sehen. Das lief über wahrscheinlich kein Pixel. Ja. Kein. Ja. Kein Pixel irgendwas. Ja. Richtig. Ja, das ist eine sehr aktive und sehr gute Gruppe, durchsetzt mit sehr vielen klugen Köpfen. Ja, absolut, weil man auch sieht, oder tatsächlich, dass das, was praktisch als Gamergate-Bewegung, dass die auch in ihre Altersstrukturen jetzt so ausstreuen, dass sie jetzt auch durchaus, dass sie also mit Gamergate und durch Gamergate sozialisiert wurden und jetzt in das Politikgeschehen auch, als diese Persönlichkeiten auch eingreifen, mit einer Sprache und einem Handeln, dass sie dort eben als Handwerk auch praktiziert und gelernt haben, bei dem es manchmal einem mehr als nur kalt den Rücken runterläuft. Da wären wir wieder bei den Dystopien. Gott, ey, ja. Ja, ah, ah. Disco-Elysium. Absolut. In der normalen Forschungsstrom-Arbeitsteilung gibt es dann irgendwie so einen Downer und dann auch wieder so einen Upper, irgend so ein fröhliches Thema zu mitmachen oder, oh, das ist ja toll und so. Ja, das stimmt, genau. Also normalerweise ist Henning dafür zuständig, uns voll down zu machen. Also Henning kommt immer mit einem totalen Downer-Thema. Henning, Grüße an Sie. Das ist nett. Unsere ganze Dramaturgie ist zerrocknet. Du fehlst. Gute Besserung. Ja. Jetzt müssen wir das selber machen. Gibt es da nicht auch was von Razzio-Farm? Uh. Uh. Ja, ich hatte vorhin noch mal in den Chat gefragt, ob es denn noch konkrete Fragen an dich gibt, aber tatsächlich habe ich sie entweder überlesen oder überscrollt. Wow. Das heißt doch immer, dieser Scherz, du bist am Ende, du hast so lange bescrollt, du hast am Ende der Timeline einen Ballrock gefunden. Uh. Hinten ist. Ja, so lange. War das Dilemma-Game nicht noch Zusatz-Downer? Oh ja. Tatsächlich haben wir das letzte Mal hier im Stream ein Game gespielt, das Dilemma-Game heißt. Das ist so eine App, mit der man wissenschaftliche, vor Probleme von WissenschaftlerInnen gestellt wird. So nach dem Thema, du müsstest deine Studie noch vorregistrieren. Das ist eigentlich gute Praxis, aber das hast du nicht gemacht und die Zeit ist zu knapp. Was tust du? Ja. Und dann muss man sich entscheiden, wie man reagieren würde. Und das kann man halt so als Gruppe spielen und dann halt die Antworten quasi gemeinsam sehen, wer hat, wie viele Leute haben für was gestimmt. Und das war auch schon so ein bisschen ein Downer. Aber es war auch ein interessantes Spiel. Also das ist Gamification von Problemen, aber sehr, sehr, sehr bildend, fand ich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Es war gut ausgewählt. Und ich glaube, wir hatten, lass mich lügen, ich glaube, wir hatten in Forschungsstrom 1 auch mal, oder in Forschungsstrom 2 oder so, hatte ich mitgebracht, einen Vortrag von einer Game-Entwicklerin, die auch Game Studies, also die sozusagen beides so ein bisschen macht und die dann so ein bisschen was erzählt hat über Machtlosigkeit, also selbstgewählte Machtlosigkeit in Spielen und was das für ein tragendes Element sein kann. Das war auch ganz spannend eigentlich. Kann man nochmal im Archiv nachfühlen. Ja, das ist genau, das ist übrigens genau passend zu diesem Dystopie-Thema auch, wenn es um die, weil viele, wenn man zum Beispiel diese Erwartungen, also im Sinne eines Expectation-Managements, die Spielerwartung gegen den Strich bürstet, dieses Umdrehen von einer Machtfantasie im Sinne einer intentionalen Machtlosigkeit für den Spieler, dann ist es ja ein, es ist ein zutiefst dystopisches Moment für SpielerInnen und unter anderem um solche Aspekte geht es ja. Ja, naja, dieser Moment in dem Spiel, wenn du, wenn du weißt, egal was ich jetzt tue, die und die Figur wird jetzt sterben. und ja, aber nee, sogar selbst, also wenn die Erwartung so ist, dass es eine ganz, dass es eigentlich eine bekannte Spielsituation ist zum Beispiel, bei der du wirklich einfach systematisches Spielen über 10, 20, 30 Jahre hinweg im Grunde eben gelernt hast, wie muss ich reagieren, wenn die eben eine bestimmte Handlung, eine gewisse Agency auch verpasst wird, aber die dir plötzlich überraschend weggenommen wird, dann ist es natürlich etwas, was eine große Herausforderung darstellt in einem besten Fall vielleicht auch für einen Reflexionsvorgang beim Spieler, bei der Spielerin genutzt werden kann. Ja, entweder Reflexionsvorgang oder Wut. Aber Wut, wie man in dem Moment auch wissend in Kauf nimmt und sich nachher vielleicht wieder freut, wenn man raus ist oder so, ich weiß nicht. Genau, und so wurden diese Original-Gameboy-Module halt zerstört. Darum hast du sie aktuell nicht mehr im Schrank. Doch, doch, die sind noch da. Und bei dem neuen Controller von der PS5, wo es dieses haptische Feedback gibt, gibt es ein Feature, das war so eine Meldung neulich, hatte ich dann auch über den Forschungsstrom-Account nochmal gerietbietet, wo das Gewehr, was man hat, im First-Person-Shooter, eine Ladehemmung haben kann. Und das ist so liebevoll umgesetzt wohl, das ist, so habe ich die Meldung verstanden, dass du dieses haptische Feedback auch vom Controller hast. Also du merkst, ich kann das Gewehr nicht nachladen. Das ist eine Ladehemmung. Das ist schön, oder? Ich meine, apropos Ohnmachung. Ihr kennt es nicht, peinliche Ladehemmung. Zu später Stunde. Jetzt würde ich ja am liebsten gerne noch über virtuelle Realität und Games reden, aber ich weiß nicht, wie fit du noch bist, Rudolf. Wir können über alles reden. Bei VR bin ich thematisch nicht so firm, glaube ich. Ich würde jetzt auch nicht so, also VR jetzt nicht im Sinne von der Technik, sondern vielleicht eher, also glaubst du, dass das etwas verändert, also was das mit den Leuten beim Spielen macht, wenn sie eine VR-Brille tragen, anstatt mit Tastatur und Maus zu spielen oder Gamepad, also wenn man mit einer VR-Brille spielt, glaubst du, dass das Veränderungen bringt für die Spiele, die kommen oder für das Erlebnis der Leute? Also angeblich gibt es ja dieses biologistische Argument, dass der Mensch nicht so gut damit kann, wenn er irgendwie zwar das und das sieht und auf der Nase hat, aber sich zeitgleich mit dem Körper anders bewegt, dass der Körper da so ein bisschen schlecht drauf anspricht. Ja. Wenn das vielleicht auch systematisch abtrainiert werden kann und man deshalb auch mal andere Genres noch als jetzt in Angriff nehmen kann, ja, ich denke schon. Also es steht für mich außer Frage, dass der Körper sich sofort, dass das Hirn sofort sich täuschen und reinlegen lässt, steht für mich außer Frage. Das habe ich selber oft genug erlebt, wenn Leute über ein Brett am Boden balancieren sollen in der Turnhalle und sie sehen halt einfach nur ein großes Gerüst, auf dem sie angeblich balancieren und die Leute dann sich hinten an ihr Brett am Boden klammern, weil sie glauben, sie könnten runterfallen. Ja. Und das ist jetzt nicht so, weil die sich so ungelenk anstellen, sondern das passiert einfach dauernd mit allen Leuten. Also, das ist aber noch vielleicht ein Stadium, wo es man eher so überlegt, das sind so, weiß ich nicht, so eine Art von Zirkusattraktion oder Gimmick-Tum, wenn man aber vielleicht überlegt eher, was könnte diese Art, sich mit Spiel auseinanderzusetzen, an tieferen, was ich, Affekten, Emotionen auslösen, das fände ich jetzt eigentlich die spannendere, für mich die interessantere oder spannendere Forschungsfrage. Ja. Also, ich habe jetzt schon von Leuten gehört, die sich quasi in VR gemeinsam auf die Couch setzen und einen Film über einen virtuellen Fernseher gucken. In Zeiten von realem Social Distancing ein interessanter, ein interessanter Ansatz. Das ist, das ist wirklich interessant, ja, ja. Und auch mit so einer Reflexion, dass es so, ja, wirklich psychologisch guttund ist und, ja, wahrscheinlich, ne? Also, die machen das ja nicht aus Scherz. Aber was ist dann der, aber was ist dann der, der, das Benefit, wenn sie dann ja doch auf der Couch zusammensitzen, dann kann man sich ja nicht mehr genug distanzieren. Mit Plastikwand dazwischen. Nein, nein, zwei verschiedene, also, sie sitzen virtuell auf einer Couch, in Realität sitzen sie jeder auf der eigenen Couch, genau. Und dann, also, auch da würde ich übrigens fragen, was ist der Benefit natürlich, also, du kannst dich rübergucken und siehst dann den Avatar, ne? Aber ich fand die Idee ganz interessant, weil es so eine einfache Realität nachbilden ist. Das ist kein Game, das ist kein Spiel, ne? Also, das ist wirklich einfach nur Realität nachbilden. Aber das, da das so gut möglich ist in VR, eröffnet das natürlich auch, weil es sich so real vielleicht dann anfühlt, ganz andere Möglichkeiten für Spiele, finde ich. Ja, da sagt der eine, Entschuldigung, aber du dachtest nur, dass du säßest auf einer Couch, klick und der andere, oh, fällt runter. Könnte man nicht noch eine Ebene draufstapeln und sich gemeinsam auf die Couch setzen und gemeinsam ein Spiel spielen? Also, dass man sozusagen, statt dass man übers Internet spielt, also ich meine, man spielt dann ja immer noch über das Internet zusammen, aber man hat die Empfindung, man würde das jetzt gemeinsam Das ist Meta. Meine Mutter würde jetzt fragen, und wer zeugt dann die Kinder? Wird das noch passieren? Das sind die, das sind die wirklich wichtigen Fragen, virtuelle Kinder zeugen. Reicht doch. Wir haben Pandemie-Zeitalter nicht ganz andere Sorgen. Ja, naja. Ja, ich finde, ich glaube, ich glaube, dass VR schon auch mal unseren Umgang mit Spielen durchaus verändern wird, aber es ist, also noch ist es nicht so weit, aber ich meine, die ersten Games sind draußen, die ersten basteln damit und ich finde es ganz interessant, zum Beispiel zu lesen auf Steam, wenn Spiele rauskommen, die, ich mache gerne solche Rätselspiele, ich weiß nicht, so The Room, wo man, ja, und da gibt es jetzt auch eine VR-Version und ich weiß zum Beispiel, dass solche Games auf Tastatur, Point- und Click-mäßig super funktionieren, es wird schon echt übel, wenn du einen Controller hast, also da macht's Point-and-Click schon wirklich weniger Spaß mit dem Controller, wie ist es in VR, ne, also dasselbe Spielen nicht nur auf verschiedenen Plattformen, sondern auf verschiedene Arten zu spielen. Ich könnte mir mal vorstellen, dass, also jetzt bin ich jetzt tatsächlich zu weit weg vom Entwicklertum, aber, dass man, dass es eben eine Nische bleibt und vielleicht sich einfach zeitgemäß auch die Sprachsteuerung zum Input-Gerät Nummer 1 entwickelt. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, die Technik wird jetzt gerade besser, dass man sozusagen die in Echtzeit erfasst und ins Spiel einbaut, was man mit den Händen macht, also was man im dreidimensionalen Raum tatsächlich mit dem Körper vor sich macht, an diesem Punkt mit integriert werden kann, nicht? Also ich glaube, ich denke schon, dass das, also sozusagen, dass der ganze Körper in den nächsten Jahren noch stärker ins virtuelle Game, also in die virtuelle Realität mit einbezogen werden wird. Ganz vorsichtig prognostizieren. Ich wünschte, ich hätte eine Couch. Bing! Flomp. Das wäre praktisch. Das wäre praktisch. Oh, Mimik. Dass die Geräusche von auf einmal eine Couch haben, aus dem 3D-Drucker. Oh, stimmt. Frank Fnord sagt gerade Mimik. VR und Mimik. Die fehlt dann noch. Total hinten über Kipps. Ist Mimik nicht ein Film von 1997, ein Horrorfilm von 1997? Soll ich zurückfragen? Mit diesen Insekten, die Menschen nachmachen? Ich will es nicht wissen. La, 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 la. Aber hier sehen wir wirklich, ich wäre ein Mensch. Ah, ein Reptiloid. Bevor du total hinten überkippst, Rudolf, und ganz einschläfst, hätte ich noch eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Und zwar, was wäre sozusagen im Games-Diskurs die Intervention oder die Disruption, die jetzt fällig wäre, um nochmal was Neues reinzubringen? Also gibt es so eine bestimmte Sache, die passieren müsste, um das Ganze nochmal richtig total aufzuwirbeln? Oder ist das eine tobe Frage? Ne, ich glaube tatsächlich, was eine, ich habe das heute schon mal kurz angesprochen, aber ich glaube, das wäre wirklich die Disruption schlechthin, wenn wir der Vorräter sein könnten für das Etablieren von Papern, die keine Paper mehr sind. Wenn wir die Ersten sind, die ihre Sachen einfach als audiovisuelle Arbeit abgeben. Und es gibt ja vereinzelt schon dazu Sachen, aber ich habe das Gefühl, da könnten wir eine coole Speerspitze sein. Gerade angesichts eben auch dieser Zitier-Problematik. Die Bibliotheken werden euch lieben. Ich glaube auch. Ja, das wäre Wahnsinn. Ja, das ist vielleicht ein Thema. Und sonst, es gibt immer genug für Gerechtigkeit zu sorgen in der Welt. Wer in den Game Studies nicht unterkommt, kann nachts Vigilant werden. Kann nachts was werden? Vigilant. Für Gerechtigkeit zu sorgen. Okay, aber ich glaube, ich glaube wirklich, ich glaube, also jetzt weiß ich, was in der Game Studies steckt und ich, ach, könnte man doch noch mal studieren. Ja, Claudia, das Erlebnis werden wir hoffentlich noch häufiger haben mit unseren Gästen hier. Aber das war brillant. Eine sehr lebendige, interessante Geschichte, die du hier erzählt hast. Ja. Vielen lieben Dank. Ich habe, ich habe nicht nur im Chat, gab es schon, schon positives Feedback. Sagt mal, wie es euch gefallen hat. Ich habe sogar schon per DM auf mein Handy bekommen, dass das ein sehr cooles Thema ist heute. Also offensichtlich haben wir Menschen ein wenig begeistert. Und mich auch. Wir können ja in einem Jahr, in einem Jahr, machen wir Fazitveranstaltungen, dann schauen wir mal, was passiert ist. Reunion. Ja, vielleicht mal auf jeden Fall ein Update oder so. Dann ziehe ich mir den roten Pulli an, du ziehst dir das hier an, dann verwirren wir alle. Dann nehme ich das Smartphone und du den Rechner. Gewitzt. Das wird super. Cool. Ja, gut. Also normalerweise haben wir hier am Ende immer noch so übliche Rituale, die allerdings jetzt irgendwie nicht so wirklich gehen, weil ein Henning nicht da ist. Ein Henning, der eigentlich dafür zuständig ist, mit uns zu zweit, also dann noch mit uns zwei zusammen quasi einen neuen Termin zu finden. Das fällt flach. Was aber noch passiert, ist eigentlich, dass wir noch nach jemandem suchen, einem Kanal, einem Twitch-Kanal, den wir raiden, wenn er gerade streamt. und wir streuen noch den Appell ein an alle Menschen da draußen an den Geräten. Erzählt uns noch, was noch gefehlt hat oder was wir das nächste Mal machen sollen oder so natürlich. Ja. Denn wir hoffen, ihr seid in einem Monat wieder dabei. Oder hast du einen Kanal, Rudolf, auf den wir vielleicht... Genau, Rudolf. Das ist nur so Schweinskram. In der Schweiz twitcht es sich anders. Das kann man nicht vergleichen. Schweinskram. Also gerade ist zum Beispiel offensichtlich der GameDev-Podcast online gegangen. Was auch immer das heißt, aber das ist tatsächlich ohne Bild. Interessant. Ich lese hier übrigens noch mal, also noch mal zur Wiederholung dessen, was Claudia gerade gesagt hat, hat zufriedene Kommentare hier in der Kommentarspalte. Die fanden das alle ganz interessant, Rudolf. Das freut mich sehr. Natürlich stehen ich für Rat, Tat, Fragen und Ungemach auch zur Verfügung. Ihr könnt mir zum Beispiel einfach auf Twitter folgen at BenFlavor B-E-N-F-L-A-V-E-R Paar Exemple. Ja, das klingt doch gut. Ansonsten würde ich, wenn jetzt hier niemand im Chat schreibt, ich habe noch den tollen Streamer oder die tolle Streamerin zu dem wir raiden sollen, habe ich hier jemanden, der tatsächlich in C programmiert. Wer macht sowas noch? Ist das so ein Retro-Game eigentlich? Nee, da steht drunter 3D und Testing und sowas. Ich bin mir nicht sicher, was dieser Mensch genau macht, aber ich denke, wir sollten da mal hingehen. Das ist zu Hardcore-Glose. Wir müssen die Leute abholen. Nein, das ist zu Hardcore. Was, bei C? Meinst du? Also ansonsten sehe ich jetzt gerade keinen Kanal, wo wir hingehen können. Oder wir suchen nach, was war nochmal dein Lieblings-Game, Rudolf? Vielleicht spielt ja jemand gerade oder hast du gerade ein aktuelles Game? Wo wir vielleicht jemanden suchen können. Ja. Ja. Was aktuell und ein bisschen angesagt ist, wo eine Chance besteht, dass wir das gerade jemanden spielen. Also ich finde zum Beispiel jemanden, der gerade Undertale spielt. Oder Taucht das auch nicht? Undertale? Das ist doch interessant. Gehen wir doch mal, gehen wir doch mal zu Undertale, oder? Wenn das noch läuft. Wir reden ein Undertale-Spiel. Der wird sich umgucken. Oder die? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel nicht bald vorbei ist. Ich kann gerade ja den Ton nicht am machen, um zu hören, ob die Person noch länger streamt. Hm, Moment. Wüssten wir uns die Kanäle eigentlich dazu lassen? In der Option? Nee, das kann man nicht verhindern, glaube ich. Oha. Ja, man kann nur freundlich raiden und weiß ich nicht. Ja, ich glaube, der Kanal macht gerade zu. Von daher können wir da doch nicht hin. Schade. So ein grundsolider, so ein grundsolider Handwerkerkanal. Gibt's nicht sowas mal. Handwerker? Du meinst so wirklich so ein, so ein, so im Sinne von, von... Auffasertapete an die Wandkanal. Nee. Ja? Nee. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir raiden jetzt einen unserer sonst sehr treuen Zuschauer, weil der heute selber spielt. Das machen wir jetzt. Ja, Community. Wir raiden jetzt zu Dead Space. Der ist sonst immer bei unseren Streams dabei und heute gehen wir mal zu ihm. Fan Service 5000. Absolut. Also, wer Lust hat, kommt doch noch mit rüber zu R&DC, der heute Dead Space spielt. Wir danken fürs Zuschauen. Ich danke dir, Rudolf, ganz herzlich, dass du dabei warst. Wirklich. Ich habe zu danken. Top, top erklärt und mit wirklich viel Begeisterung. Sowas von. Und Claudia, danke wie immer fürs Hosten und Vorantreiben der Show. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, den Termin findet ihr auf Twitter. In einer Woche vielleicht auch hier auf Twitch. Wir müssen das mit Henning noch klären, wenn er wieder fit ist. Und ansonsten bleibt alle gesund. Haltet Abstand. Tragt Maske. Brecht euch nicht den Finger. Ja, oder? Wir sagen. Ich weiß. Halt, warte. Was? Jetzt müssen wir machen mal die Hand und wir gehen wieder zurück. Ach so. Oh, ja. Okay, okay. Oh, schön. Good bye, Bad. Dad. 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 Vielen Dank.